Der Pferd ist bestimmt verhungert. Dann gebe ich aber den Königlichen Wachen die Schuld. So, ab geht die Party. Wenn der Schwarze Ritter das hört, ist Schwabriel wahrscheinlich eine Schwabella. Vielleicht muss ich mich wie Jay verkleiden, um den letzten Tag noch lebendig verbringen zu dürfen. Style-Counter, danke für die vier Monate. Ah. Dominanz zeigen? Ja. Wird gemacht. Lila Blubber, danke für die 17 Monate. Schönen guten Abend, Hallöchen. Oh, warte, sind wir in Donis Bett eingeschlafen? Oh ja. Aber wir sind nicht tot. Wir leben. Gut, scheinbar durften wir hier schlafen. Oh, all right. Sehr gut. Oops. Doni hat beim König geschlafen. Oh ja, natürlich. Sie sind ja jetzt verheiratet. Selbstverständlich schläft sie beim König. Was ist das? Sieht das besser aus als meins? Das ist ein Reißverschluss. Was ist mit den Schuhen? Was mit der Hose? Was ist denn? Es ist Moal da. Es ist Zeit aufzuwachen. So komme ich schon. So komme ich. Morgenstunde hat Gold im Mund. Na los. Auf, auf. Pieks. Es ist Moal da. Es ist Moal da. Der König muss auf dem Boden schlafen. Hör zu, meine süße Prinzessin. Ich gehe schon mal vor. Ich muss das Pferd füttern. Ich will nicht, dass ich... Ich will mir kein Ärger mit dem schwarzen Ritter einhandeln. Die Nacht mit dir werde ich nie vergessen. Es ist Moal da. Vielleicht sollte ich die Tür schließen. Hm, hm, hm. Hm, hm. Okay. Au. Der Kürbisbauer müsste ja auch bei sich aufgewacht sein, richtig? Der schläft ja in seinem Haus. Und genau neben seinem Haus ist das Kürbisfeld. Guten Morgen, oh großartige Wachen des Königshauses! Ja, sei gegrüßt. Ich hatte eine wunderschöne Nacht mit der Bediensteten des Königs. Wundervoll, wundervoll. Ja. Das habt ihr gut gemacht. Vielen Dank. Sehr gut, weitermachen. Oh, vielen Dank. Guten Morgen. Verzeiht, gestern Abend habe ich ein schwarzes Pferd geparkt. Gleich hier vorn. Ja, aber jetzt ist da kein schwarzes Pferd mehr. Was tue ich denn jetzt? Wir könnten im königlichen Stalle nachschauen. Da wäre ich euch sehr verbunden. Wie hieß denn ihr Pferd? Vergeltung! Und jetzt ist pechschwarz. Danke. Also gibt es doch noch einen Geheimstall. Welch mysteriöse Gerätschaft ihr da in den Händen haltet. In der Tat, ja. Das scheint, äh, neueste Technik zu sein. Das ist, äh... Wow! Typisch König Chagos. Seine Bediensteten, seine Soldaten. Die haben nur das Beste vom Besten. Absolut. Großartig. Ich glaube, die Hochzeit des Königs hat ihm neue Ambitionen gegeben. Ist deswegen, besser mit Ausrüst zu spielen. Oder so. Ja, hört sich ganz... Ja, ja, ja. Ist der königliche Stall weit entfernt von diesem hier? Äh, nein. Er ist eigentlich nur hinter dem Tor und dann rechts. Oh. Aber der Königliche Stall ist, äh, sehr voll mit Pferden. Hm, verstehe. Seid ihr hungrig? Äh, nein. Wie war eure erste Nacht im Schloss? Oh! Ganz wunderbar. Ich, äh... Habe das alte... Das alte Zimmer der Königin bekommen. Bevor sie... In das kündigliche Schlafzimmer des Königs eingezogen ist. Oh, welch Ehre. Ja, ich hab noch nie so weich gelegen. Das kann ich mir gut vorstellen. Bin ganz ohne Schmerzen aufgewacht. Wir liegen leider nur auf Heubeilen, aber das ist, äh... Mit... Es reicht, sagen wir mal so. Oh. Mein Pferd ist nicht da. Nun, wie ihr sehen könnt, komme ich mit leeren Händen. Oh, 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 oh. Das heißt, es ist fort? Es kann sein, dass Pferde sehr intelligente Tiere sind und Pferd vielleicht zu eurem alten Form zurückgehalten ist. Ja, einmal das. Es gibt zwei Varianten, die... Zwei Szenarien, die passiert sein könnten. Aha. Nummer eins wäre, es ist von alleine, beziehungsweise mit Begleitung ins Dorf zurück. Die zweite wäre, da wir momentan Lieferschwierigkeiten haben mit Futter für die Pferde, dass ihr Pferd verhungert ist. Das wäre sehr traurig. Ja, in der Tat, aber andere Erklärungen habe ich momentan nicht. Naja, gut, dann tue ich die Klassik. Kaufe ein neues und sag, das sei Vergeltung. Guten Morgen. Grüßt euch. Guten Morgen. Sie müssten sich mal die Nasenhauche rausmachen. Oh. Ich glaube, das ist nicht länger notwendig. Hab eh nicht mehr lang zu leben. Ah, das ist ja gut. Das ist nicht meine Schuld. Wo ist das Pferd, der Schwarze Ritter ist besser aufgehoben, als bei den königlichen Stallmeistern des Königs in der Burg. Da kann ich nichts. Es kann verhungern? Also doch 1830? Ich habe noch 20 Minuten Zeit, um ans Ende der Welt zu laufen. Dort wird er mich nicht finden. Nein. Chat, was ist, wenn es... Wir haben doch gesagt, es sind intelligente Tiere. Was, wenn es zu seinem Besitzer zurückgelaufen ist? Was, wenn es vor dem Haus des Schwarzen Ritters... Ist das die Vergeltung? Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht es euch? Oh, ähm. Nicht so gut. Ich befürchte, mein Kopf wird in etwa 30 Minuten rollen. Ah, wo finde ich euch dann? Also, mein Körper liegt wahrscheinlich dann irgendwo in der Grube und mein Kopf ist wahrscheinlich irgendwo auf einem Spieß. Ach ja? Und wo soll ich euch dann köpfen? Oh, das Köpfen... Oh, ja, weil ihr der Henker seid. Das Köpfen wird wahrscheinlich der Schwarze Ritter übernehmen. Oh, warum ihr? Ja, weil er vielleicht, aber vielleicht auch nicht eine persönliche, einen persönlichen Groll hegt, nachdem ich sein Pferd verloren habe und das vielleicht in der Nacht verhungert ist und ich eigentlich darauf aufpassen sollte, aber das so ein bisschen versäumt habe. Oh, ja, das macht Sinn. Und wenn ihr ihm einfach kein neues Pferd unterjubelt? Naja, ich müsste ein schwarzes Pferd finden, das in etwa so aussieht wie... In etwa so aussieht wie das seine. Sprecht, guter Mann. Ihr wollt meine Mutter umbenennen? Von dem schwarzen Ritter gehen, wenn man das hier einreiten kann? Ihr wollt meine Mutter umbenennen? Ja, deine Mutter. Wie hieß das Pferd vom schwarzen Ritter? Meine Mutter ist tot. Die kann man nicht mehr umbenennen. Ja, ja, ich meine auch nicht eure Mutter. Ich meine deine Mutter. Ja, meine Mutter. Von der rede ich doch. Nein, nein, ich meine nicht eure Mutter. Ich meine deine Mutter. Guter Mann, ihr verwirrt mich. Meine Mutter ist seit vielen Jahren tot. Und so langsam glaube ich, dass ihr Späßchen mit mir treibt. Ja, so blickelt doch auf das Brandmal. Deine Mutter. Oh, ich verstehe. Deine Mutter. Ja. Welch vorzüglicher Name für ein Pferd. Den ganzen Tag schon unterwegs auf deiner Mutter. Ja. Oh. Oh, das ist ein schwarzes Pferd. Braucht ihr es? Das ist in der Tat ziemlich schwarz. So, und sieht so aus. Wie viel wollt ihr denn? Ähm. 150? Oh, ich habe leider nur 100 mit dabei. Meint ihr, das wäre auch ein guter Preis? Hm. Hm. Ähm. Kleinen Moment. Hm. Ah. Linke Hosentasche, rechte Hosentasche. Oh, 110 könnte ich mir auch leisten. Guter Mann. Und ich wäre euch sehr verbunden. Ich bin der Schwager des Königs. Also, vielleicht kann ich euch in der Zukunft irgendeinen Gefallen tun. Im Austausch. Ja. Ja. Wisst ihr was von irgendeinem Steinkreis? Steinkreis? Nein, ich kenne nur einen Scheißkreis. Der ist um unsere alte Kneipe gezogen worden. Ein Scheißkreis? Ein Scheißkreis. Oh, interessant. Oh, wartet. Ah, da ist der, der, der ist auf Kopf. Ja, die wollen wahrscheinlich jetzt zu diesem Steinkreis. Ja, da war ich schon mal während der Fuchsjagd. Hab aber keinen Fuchs gesehen. Oh je. Ja, also, ich bin, äh, heute neben der Prinzessin aufgewacht und, äh, die haben irgendwas in dem Steinkreis gelabert gestern. Hm. Höchst interessant. Ihr und die Prinzessin, ne? Ja, ja. Erneut. Oh. Ich wusste nicht, wie mir geschah. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht seid ihr auch bald Teil der königlichen Familie. Ah, ich denke nicht. Ich bin ein Hoch. Oh. Ja, so genau. Du wirst jetzt auch nicht hinten sehen. Verzeiht. Dankeschön. Sprecht, wie kann ich denn deine Mutter umbenennen in Vergeltung, Pferd des Schwarzen Ritters? Ja, das, ähm, äh, da drüben bei Igor, wenn er da ist. Oh, ab vielen Dank. Aber vielleicht könnt ihr ihm auch, falls ihr ihn nicht findet, einfach dem Schwarzen Ritter sagen, ähm, deine, ähm, Vergeltung wollte umbenannt werden in deine Mutter. Vielleicht hört sie auch gar nicht auf. Hä? Ja, vielleicht probiere ich das. Ja. Ja. Ich weiß, wie ich sag das. Nun. Auf bald, guter Mann. Ich würde jetzt mal sagen, dass, äh, das Grab der Königin besahmt wurde. Oh. Und was war dir? Zum Gefahr zu sein? Ich, zuerst probiere ich das, ähm, zuerst versuche ich, deine Mutter umzubenennen in Vergeltung. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich deine Mutter eben dem Schwarzen Ritter überbringen und aufs Beste hoffen. Oh ja. Und, äh, naja, falls ihr von mir lieber gekopft werden solltet, dann könnt ihr jederzeit entweder zum Schloss kommen, oder zum Schafotz am Storplatz oder zur Burgwache. Also, ja, zur Stadtwache. Das ist auch eine Folterkammer. Da kann ich euch auch köpfen, wenn ihr wollt. Ach, so viele Folterkammern. Großartig. Das behalte ich im Hinterkopf. Ja. Solange ich ihn noch habe. Auf den Schultern. Ja. Ja. Sehr stabil. Ein gutes Geschäft. Ihr habt euch wohl. Ein gutes Geschäft. Ihr habt euch wohl. Schön, dass... Hm. Der Pferdemann ist nicht da. Sollte ich vielleicht kurz beim Schwarzen Ritter vorbeigucken mit deiner Mutter? Vielleicht ist das ja... Vielleicht... Warte. Was machen die hier alle? Ist Vergeltung hier dabei? Vergeltung? Vergeltung! Du lebst ja noch! Wieso bist du hier? Was machst du hier? Gottverdammt! Jetzt habe ich umsonst Geld für deine Mutter ausgegeben. Oh! Ist egal. Ich brauche... Oh! Seid gegrüßt, o schwarzer Ritter! Wie ich sehe, ist Vergeltung bereits zu euch zurückgekehrt. Gestern Nacht ließ ich die Bediensteten des Königs in der Burg auf euer Pferd aufpassen, damit ihm nichts geschehe und es gut gepflegt und gehegt werden würde. Gut. Wie war das Rennen? Oh, das Rennen wurde leider abgesagt. Ansonsten hätte euer Pferd, euer Edisroß-Vergeltung sicher den Sieg errungen. Was ist passiert? Ähm... Ich kann nicht lesen, aber von dem, was mir zu Ohren kam, sind die Schweine krank geworden oder dergleichen? Ich bin mir nicht sicher. Wurden sie wenigstens gegessen? Das hoffe ich doch. Oder waren mit Schweine die Menschen gemeint, die hier reiten sollten? Oh! Daran habe ich nicht einmal gedacht. Das macht euch zum schwarzen Ritter. Nicht nur eure Muskeln, sondern auch euer messerscharfer Verstand. Vielleicht waren auch die Besitzer gemeint. Mhm. Ja, die Menschen. Ja. Ja. Oh ja, die hat's, glaube ich, mit dem König getrieben, mehr oder weniger. Also, ich meine, sie war in den Schlafgemächern des Königs, wo ich auch übernächtigt habe. Also nicht direkt in seinen Gemächern. In den Gemächern da drunter. Aber ich habe sie gehört. Gehen ganz schön zur Sache. Sie ist im Schloss. Verzeiht. Was haben sie getrieben? Nun, in eurer Abwesenheit heiratete meine Schwester den König und sie vollzogen die Ehe, glaube ich. Aber ihr meintet, es ist etwas im Schloss passiert. Dort haben sie es getrieben. Was wurde getrieben? Ratten? Oh. Sie trieben die Ratten aus der Speisekammer ganz recht. Eigentlich wäre das eine Aufgabe für die Bediensteten gewesen, aber meine Schwester meinte, dass sie als neue Königin einen guten Eindruck schinden möchte und deshalb hat sie das in die eigenen Hände genommen. Wie hat sie die Ratten rausgetrieben in einer Route? Mit einer Route. Einer riesigen Route. Es waren viele Ratten. Es musste viel getrieben werden. Ich hoffe, die Route hatte wenigstens ein paar Stacheln. Gott zum Gruße. Ja, deine Mutter brauche ich jetzt nicht mehr. Seid gegrüßt. Oh, das habe ich. Lustige Geschichte. Als ich aufgewacht bin und die Burgtore verließ und mich auf den Weg zur Vergeltung machte, um Vergeltung zu füttern und Vergeltung danach zu fragen, wie die Nacht denn so war, war Vergeltung plötzlich weg, auf und davon. Und ich machte mir Sorgen. Und dann war da dieser Henker, der mir zuflüsterte. Gar schreckliche Dinge. Er meinte mir eine Zukunft aus, in der mein Kopf rollen könnte, weil ich gegebenenfalls verantwortlich bin dafür, dass euer Pferd verloren gegangen sei. Und er machte mir den Vorschlag, sein Pferd abzukaufen, um es euch nicht als Vergeltung zu verkaufen, sondern euch ein Ersatzpferd anzugeben, auch wenn Vergeltung natürlich unersetzlich ist. Selbstredend. Also habt ihr mein Pferd verloren. Ich habe geschlafen. Ich habe es den Leuten des Königs, ich habe den königlichen Soldaten aufgetragen, gut Acht zu geben. Ich sagte ihnen, es gehört dem schwarzen Ritter. Ich sagte, das ist Vergeltung. Das Edelrost des schwarzen Ritters passt lieber gut auf das Acht. Gebt Acht und füttert es und hegt es und pflegt es. Die waren schuld, nicht ich. Ich war so müde. Vergeltung, beiß ihm in die Hand. Streckt euren Arm aus. Das habe ich verdient. Na los, Vergeltung. Ah, 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 ah. Solltet ihr noch einmal mein Pferd verlieren, werdet ihr nicht zu leicht davon kommen. Das verstehe ich. Auch wenn ich mich an euren Anglitz gewöhnt habe. Vielen Dank, ich bin eurer Gnade nicht würdig, edler schwarzer Ritter. Habt ihr zufälligerweise noch irgendwelche Informationen gefunden? In der Tat. Mir wurde zugetragen, dass sich hier tatsächlich jemand herumtreibt, der... ...blutrotem Wein zugeneigt ist. Angeblich ist er mit den Handschuhen der Schneiderin unterwegs. Ich weiß noch nicht genau, in welchem... ...in welcher Beziehung er zur Schneiderin steht, aber... ...wir sind ihm auf den Fersen. Chaosius könnte ihn vielleicht sogar wiedererkennen. Aber dann... Nicht dafür. Ich halte weiter Augen und Ohren offen. Wenn ihr mich braucht, gebt einfach Bescheid. Und nun habt ihr dieses Pferd. Wie ist der Name dieses... ...kleinen... ...schlachsigen Pferdes? Oh, der... ...der... ...nette Vorbesitzer. Henker seinerseits. Ähm... ...benannte dieses Edelroß... ...ergab... ...also... ...es hört auf den Namen deine Mutter. Seid ihr sicher, dass es nicht... ...deine Mutter ausgesprochen wird? Oh! Ich, äh... ...muss mir mal ganz kurz... ...dieses Brandsiegel-Dingsbums... ...was Pferde so haben angucken. Mhm, ja. Ah, ich kann nicht lesen. Ich bin mir nicht sicher. Deine Mutter, meint ihr? Deine Mutter. Oh, natürlich. Ja, das hört sich schon viel besser an. Ja, das hier ist Deine Mutter. Seid gegrüßt, Herr Schwarzer Ritter. Deine ist Ihr Füße. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt. Hallo, Herr Meister. Äh, Herr Meister, Herr Meister. Ja. Ich wollte Ihnen einfach nur Hallo sagen. Danke schön für Ihre großartige Arbeit. Ja, mach's gut. Oh. Ihr seid beim Volk. Oh, wer der Ritter. Ich sehe... ...in eurer Zukunft, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen werden. Okay. Vielleicht ein bisschen Wasser auffüllen, für später. Nein, ich finde nicht daraus. Ich hab gerade... Es gibt dem Wasser nur die gewisse Würze. Keine Sorge, guter Mann. Daran bin ich gewöhnt. Na gut. Ich werde nicht sterben, plötzlich. Ganz plötzlich um 18.30 Uhr. Hört auf damit. Also wenn du mal eine goldene Dusche benötigt, sagt einfach Bescheid. Verlangt ihr Geld dafür, oder... Das wäre tatsächlich eine Idee, ne? Also in eurem Fall würde ich sagen, nein. Also ihr habt ein sympathisches Gesicht. Außerdem letztens hinter der Schenkel war schon ein sehr intimer Moment, als ihr die Hosen ausgezogen habt. Wart ihr dabei? Ihr habt mich überrascht. Als ich am Fenster stand und in die Taverne lupte. Hat euch gefallen, was ihr seht? Vielleicht ein bisschen. Oh, ihr seid ein Charmeur. Ich bin Schwager des Königs, müsst ihr wissen. Oh. Oh, Schwager des Königs. Oh. Ja. Ja. Erzählt mir mehr. Ja, meine Schwester hat den König geheiratet und jetzt bin ich quasi schwagerhaftig mit dem König verwandt. Aha. Und weil meine Schwester jetzt die Königin ist, bin ich quasi... Bin ich, äh... Quasi auch so ein bisschen vom königlichem Geblüte, glaube ich. Dann seid ihr der Prinz königlicher... äh, Königin seid's. Boah, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Doch, 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 doch. Dann seid ihr ein Schwabschwager. Ein Schwabschwager? Hört sich gut an. Ja. Ja, das bin ich. Ja. Ja. Wenn ihr mal Hilfe braucht, lasst es mich wissen. Haha, dasselbe wollte ich euch auch gerade vorschlagen. Dürfte ich euch ganz kurz etwas fragen? Aber natürlich. Wisst ihr, ich liebe Wein. Und Alkohol. Aber am liebsten mag ich... ...blutroten Wein. Stimmt wirklich. Entschuldige Sie, suchen Sie die Post. Ja. Und jetzt suche ich nach jemand Gleichgesinntem. Ist euch vielleicht zu Ohren gekommen, dass irgendjemand in diesem Dorf... ...die gleiche Liebe für... ...Blutroten Wein... ...wie ich hegt? Also, wenn ihr jetzt so direkt fragt... ...ja, durchaus. Also, ich mag den auch sehr. Fuck, er lügt doch. Habe ich irgendein Todwort nicht verstanden? Hä? Hä? Äh, was? Hä? Ich muss weiter. De-i-ni-mu-da-wartet. Ah, ja, ja, ja. Gehabt euch wohl. Okay, also Kürbisse wären noch gut, um die Pferde zwischendurch zu füttern, damit die ein bisschen länger reiten können. Right? Kausius! Schwabrie. Wunderbar. Ich habe die Information, die ihr wolltet. Ich habe sie auch schon... Das war ja die Information für den Schwarzen Ritter. Ich habe sie auch ihm schon weitergegeben. Die Person, die... Es handelt sich um den... Ja. Genau. Es ist der dunkelhaarige, exotische Händler. Ich habe ihn gefragt. Er trägt Handschuhe aus Menschenhaut. Und ist recht auffällig. Man erkennt ihn an der Hautfarbe. Der Einzige, der sonst diese Hautfarbe hatte, wurde gestern gehängt. Beziehungsweise geköpft. Oh! Auf jeden Fall. Ferdinand? Nein. Das ist nicht Ferdinand. Und besitzt er denn auch ein Messer? Das war die zweite Frage vom Schwarzen Ritter. Soweit ich gehört habe, ja, besitzt er auch ein Messer. Auf jeden Fall habe ich ihn gefragt, was für einen Wein er denn bevorzugt. Und die Antwort war, so rot wie das Blut. Dafür stehe ich jetzt bei ihm in einem Gefallen. Also, ich wäre froh, wenn der Schwarze Ritter seine Tat vollführt, bevor... Ja. Ich habe keine Lust, dass er versucht, seine Schuld einzufordern oder... Ja. Chaosius, dass ihr so weit gehen würdet für den Schwarzen Ritter und... seine verstorbene Schwester. Das rührt mich wirklich zutiefst. Ach, für euch doch immer. Hm. Als die Taverne geschlossen war, habe ich Gefallen an dem Job des Ohrs der Stadt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Für meine Schwester habe ich gerade was rausgefunden. Oder bin ich gerade am rausfinden. Scheinbar gibt es einen geheimen Tunnel zur Kirche. Oh, den kenne ich, ja. Ich bin da mal eingedrungen und habe den geheimen Tunnel gefunden. Warum kennt denn jeder außer mir? Verdammt nochmal. Die haben nicht abgeschlossen. Ich vermute, dass sie im Keller Waffen und andere Beweismittel gegen sie liegen haben. Ich meine, dort kam derjenige her, der als erstes versuchte, eure Schwester zu töten. Dieser nackte Kerl mit der Heugabe, ich erinnere mich. Ja, der eine Bruder, der einfach so seine Klamotten abgelegt hat und dann mit der Heugabel, äh, mit dem Speer rauskam. Richtig. Er hat sie um Haaresbreite verfehlt. Die Heugabel traf das Gesäß des Pferdes. Hätte aber genauso gut das Gesäß meiner Schwester sein können. Hm. Oh ja. Ja. Okay, ich verstehe. Ich muss da noch mal ein wenig Nachforschung angehen. Hab vielen Dank, Chaosius. Wenn etwas braucht, lass es mich es wissen. Naja, ich habe mir jetzt ein sehr unauffälliges Pferd geholt. Mir scheint, es trägt noch keinen Namen. Nein, sogar unauffällig. Oh, doch. Ein hervorragender Name. Ich habe mir auch ein Pferd gekauft, weil ich dachte, ich müsste den Schwarzen Ritter mit einer falschen Kopie davon überzeugen, dass es seinem Pferd gut geht. Oh. Wie heißt es denn? Ah, mir wurde zugetragen, er ist für... Oh nein, das wäre schön. Das hier ist Deine Muda. Oh, ein fremdländischer Name. Ja, sehr exotisch, sehr exotisch. Nicht schlecht. Na dann, will ich euch nicht weiter... Könnt... Könnt ihr mir schnell den Eingang zeigen? Den Eingang zum Geheimtunnel? Na klar kann ich das machen. Ich hoffe, ich finde ihn wieder. Wunderbar. Hm, wissen wir noch, wo der war? Kuni, danke für die 57 Monate. Ich hasse dich? Nein, sag das nicht. Du brichst mein Herz. Ich meine, dass ich auf die Karte geguckt hatte, nachdem ich... Oh ja, hier unten ist es, glaube ich. Südwesten hier. Das war so ein Fleck, der auffällig war auf der Karte, nachdem ich rauskam. Pferdbruch dringend, Kürbis? Ja. Danach. Wir können Chaosius diesen Gefallen nicht abschlagen. Er hat viel ermittelt. Da wären wir, Chaosius. Oh. Diese Tunnel sind verbunden mit der Kirche. Interessant. Werden wir das mal anschauen später. Seid vorsichtig. Immer doch. Mal schauen. Ich werde schauen, wann die Kirche abgelenkt ist und dann den Weg hierher suchen. Natürlich. Hab Dank. Nicht dafür. Okay. Kürbisse. Und dann vielleicht diesen ominösen Händler aufsuchen. Vielleicht sollen wir uns auch unser Messer holen. Wenn wir es heute nicht benutzen, wann dann. Der Tunnel hat wohl eine tiefer gehende Story. Ich sehe, was du da gemacht hast. Pferde können doch bestimmt noch mehr essen als Kürbisse. Vielleicht. Aber. Also. Warte. Ist das nicht der Kerl? Ich hab noch kein Messer. Ich will nicht. Oh Gott zum Gruße. Gott zum Gruße. Hallöchen. Wie geht es dir? Oh, mir geht es ganz fantastisch. Wie geht es euch? Hervorragend. Wir wollen uns heute vermehlen. Oh. Oh, ich hab gestern beiläufig mitbekommen, wie ihr um den Segen der Königin und des Königs batet. Hab ich das richtig vernommen? Ja, das ist richtig. Ihr habt euch kennengelernt, nachdem der König euch durch diese Falltür fielen ließ? Na, sagen wir, das war der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, ne? Also, sie ist mit ihrem Abscherwallen auf meinen Finger gefallen. Ja, genau so ist es gewesen. Nun, das war der heiße Tropfen, äh, der heiße Tropfen in einem, in einem Mehlbackofen, wo man Brötchen backen kann. Eine Zertrückung. Boah. Das ist so romantisch. Wir haben auch schon zusammen, ja, wir haben zusammen auch schon, äh, gebacken. Richtig. Oh, ha, ja, meine Schwester hat gestern auch mit dem König kräftig gebacken. Die ganze Nacht haben die durchgebacken. Ich hatte ein Gemächer, ich hatte die Gemächer unter, unter den, unter dem Zimmer des Königs und der Königin, ja, die konnte kaum einschlafen. Ich würde gar nicht, dass die Brot machen. Unglaublich. Hm. Ja, das Königshaus muss wohl einen ganz großen Backofen haben. Hörte sich jedenfalls ganz danach an. Ja. Nun, ihr seid recht herzlich eingeladen zur, zu unserer Vermählung. Oh, das wäre mir eine, das wäre mir eine Ehre. Die aus dem Dorf müssen doch zusammenhalten. Der Pügel. Ganz genau. Wie fühlst du dich jetzt, wo deine Schwester Königin ist? Oh, Schänkersmeister. Seid Gott zum Grußler. Ja, Stinkefüße. Stinkefüße. Haben Sie Stinkefüße? Ja, das sagt doch, die Königin immer zu allen Stinkefüße. Das habe ich noch nie gehört. Ist das eine neue Anrede? Das ist die Grüßung. Das heißt immer, sie kommt vorbei. Kann ich hier einfach, kann ich hier... Hm. So, Leute, ich vernahm, dass ihr eine außergewöhnliche Linksfüße hattet, als ihr beim König warst. Und ich habe gehört, die Kunden außerordentlich glückweiß Gedehenspriegel. Ja, dafür bin ich bekannt. Hm, vielleicht später nochmal gucken? Deine Muda hat Hunger. Hast du nichts in der Taverne? Ja, aber nichts Vegetarisches. Also keine Möhren oder so. Keine Ahnung, was essen die Pferde denn sonst noch so? Im Schloss? Ich glaube, wenn ich ihm ein Hähnchen hinwerfe, frisst es das nicht. Beim Pferdehändler? Oh, da können wir auch nochmal vorbeigucken, ja. Die Hufschmiede, nach der habe ich eben auch Ausschau gehalten, aber ich glaube, die war nicht da. Äpfel? Ja, wo kriegst du her, Chat? I don't know. Bisher war ich noch nicht so lange Pferdebesitzer, als dass mir das so wichtig gewesen wäre. Ich glaube, ich müsste in der Nähe unseres Hauses sein. Ist das da vor mir? Nee. Das da ist es, right? Okay. Haben wir zu Hause nicht noch was in der Kiste? Ich habe Geld in der Kiste und ich habe ein Messer in der Kiste. So sieht es aus. Was sind das hier für Schlüssel überhaupt? Schwabbel-Schlüssel, Schwabbel-Schlüssel. Schwabbel-Brief, Schwabbel-Brief. Steht da was Wichtiges drin? Ist der alt? Ich glaube, das ist ein alter Brief. Brauerei. Rangereus Schatztruhe. Ah ja, ich habe die Kirchenbrüder beklaut, als sie versucht haben, uns zu verbrennen. Da können wir auch nochmal gucken. Und ich glaube, ich habe auch was für die Kirche geklaut, oder? Ich habe den Schlüssel für die Hintertür der Kirche immer noch bei mir. Den habe ich einfach so geklaut in dem Heckmeck, in dem Chaos. Da können wir auch nochmal gucken, ob wir damit irgendwas anfangen können. Ähm. Ja. 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 Was klaust du nicht? So viel habe ich nicht geklaut. So. Messer haben wir. Wir könnten jetzt gucken, ob wir da diesen bösen Händler stellen, zusammen mit dem Schwarzen Ritter. Wie klingt das? Und zwischendurch erkundigen wir uns noch, ob irgendjemand Äpfel oder so für unser Pferd hat. In meinem Wohnzimmer waren Kartoffeln? Na-ah. Ja. Da ist er. Das ist der Fiesling. Sollen wir mit ihm reden? Sollen wir ihm sagen, was passieren wird? Das Schwert sieht man, glaube ich, nur, wenn ich es hier an der Taskleiste drin habe. Ich weiß nicht, warum Moe es gestern gesehen hat. Eigentlich sieht man die Waffen nur, wenn sie hier unten ausgerüstet sind. Warte auf den Ritter. Sie spielt so eine liebliche Melodie. Eine Spieluhr von einer Fee? Ja, das Feenvolk wohnt bei uns im Hause. Die guten Geister sind bei uns. Sieht man trotzdem? Aber dann würde ich sie doch auch sehen oder nicht, Chad? Bei mir wohnen ganz andere Sachen. Aber naja. Man sieht die... Aber auf meinem Rücken ist doch nichts, oder? Bin ich doof? Die eben hatte Gemüse, ich weiß. Aber jetzt habt ihr mir Angst gemacht. Sieht man das Schwert auf meinem Rücken? Ich kann auch mit dem Schwert auf meinem Rücken keine Äpfel kaufen, weil dieses komische Waffenver... Gilt das Waffenverbot für mich, wenn ich zur königlichen Familie gehöre? Ich will mit meiner Waffe rumlaufen. Kannst du das Schwert nicht in das Inventar von deiner Mutter packen? Da kann ja dann jeder ran, oder? Ich hab ja keinen Schlüssel oder dergleichen fürs Pferd. Fuck. Man sieht Waffen auf dem Rücken. Oh. Er steht auf dem Marktplatz. Oh, ich hab ihn auch gesehen. Bei der Gemüsehändlerin. Genau. Sollen wir ihn stellen, bis der Schwarze Ritter kommt? Lieber nicht. Ich glaube, er ist gefährlich. Was braucht ihr denn, guter Mann? Was essen denn die zu Flottebergs gerne? Wie ist dir das? Äh, Äpfel und Kartoffeln. Sie haben sich eine gemischte Kiste machen lassen vor ein paar Tagen. Nun, dann geben sie mir Äpfel und Kartoffeln. Er ist da vorne am Stand. Mitten auf dem Marktplatz. Oh, die nagen gerade irgendein Haus zu. Und gut. Was wollt ihr denn ausgeben? Lock ihn in dein Haus, da kann er nicht fliehen. Aber er hat doch auch eine Waffe. Sterbe ich nicht, wenn ich das mache? Wenn ich das mache. Du stirbst eh? Aha. Ach, das ist schon eine ganze Menge. Ich lege noch einen Kürbis drauf, damit es auch gut passt. Vielen Dank, gute Frau. Sagen Sie, hier gibt es jemanden, der sich nennt. Großbauer. Wissen Sie, wer da siehst? Ist der nicht gestorben, kürzlich? Die Herrerin, vergesst eure Kartoffel hier nicht. Eine kommt noch, Achtung. Sie liegt hier auf dem Tresen, guter Mann. Oh, vielen Dank. 50 Thaler macht das dann. Ich gebe Ihnen 60, wenn Sie mir sagen, wer hier ist der Großbauer. Also, soweit ich weiß, ist er gestorben. Ganz tragisch. Von einem Tag auf den anderen. Der gute Opa Blasius, ja. Ihr könnt mal in der Taverne dort drüben fragen. Ich kenne seinen Nachfolger. Ich könnte euch da weiterhelfen. Für die richtige Summe. Ach, dann seid ihr jetzt der Großbauer? Ich? Oh nein, nein, nein. Wo denkt ihr hin? Aber ich kenne ihn. Persönlich. So, so. Möge die mir folgen. Könntet ihr mir noch die 50 Thaler geben, junger Mann? Habt vielen Dank. Ähm, ja. Dann, äh, eben der Wege. Ja, raus mit der Sprache. Wer ist der Großbauer? Oh, ich kann euch zu ihm führen. Aber vorher müsste ich noch kurz mein Pferd füttern. De-ni-mu-da. Es ist sehr hungrig. Tatsächlich. Nun, dann geht und füttert euer Pferd. Das werde ich. Deshalb möchte ich hier ein paar Äpfel kaufen. Vorausgesetzt, Pferde essen auch Äpfel. Oder Kürbisse. Irgendwas, was für Pferde ist. Dann kauft eure Äpfel. Seid gegrüßt, liebe Dame. Mein exotisches Rost da vorn. Hier, drei Meter von mir entfernt. Das ist hungrig. Haben Sie etwas, das ihm schmecken könnte? Ich hab auch ein bisschen Geld dabei. Chet, will er den Großbauern töten? Kürbisse und Mais. Kürbisse klingen fantastisch. Kürbisse kann ich sofort geben. Ja gut, dann nehmen wir die. Wie wär's denn mit fünf Kürbissen für nur 60 Thaler? Abgemacht. Sehr gut. Sprecht, guter Mann. Ihr klingt so exotisch. Seid ihr aus einem fernen Lande? Die Kürbisse rollen, guter Mann. Verpasst es nicht. Eins. Oh. Zwei. Oh. Drei. Oh. Vier. Oh. Und hepp. Der fünfte. Ab, vielen Dank. Mal gucken, ob es ihm schmeckt. Ich hab doch noch Kraft in den Armen. Hier. Friss gut auf. Und da, gleich noch einer. Sei nicht schüchtern. Ich weiß, dass du Hunger hast. Euer Före schon sehr unbeandrückt von euren Kurbis. Es ist ein bisschen schüchtern. Du kriegst noch einen. Es frisst nicht so gern, während es beobachtet wird. Könntet ihr euch vielleicht umdrehen? Los, komm schon. Denimu da. Es ist an der Zeit zu futtern. Na los. So ist gut. Okay. Hat aufgegessen. Vielen Dank, guter Mann. Zum Großbauern wollt ihr also. So ist es. Habt ihr ein persönliches Anliegen? In der Tat. Er ist quasi so etwas wie mein Bruder. Wir sind nicht verwandt, aber er steht mir relativ nah. Oh, ist das so? Mhm. Deshalb kann ich euch ganz plöse nicht zu ihm führen. Das sollte nicht schwierig sein. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann hat er dieses Amt geerbt. Also, vor kurzem war es noch der Opa Blasius, der der Großbauer war. Aber er ist leider auf mysteriösen Umständen von uns gegangen. Und jetzt ist dieser Neue der Großbauer. Mir wurde zugetragen, dass da eine Flasche explodiert sei. Mehr weiß ich nicht. Oh, ich war leider nicht anwesend. Da müssen sie sich mal ein bisschen umhorchen. Oh, das würde nahe liegen. In der Tat. Da haben wir zwei. Die eine ist der Greifenhorst. Der ist, ähm... Gleich da vorne. Das große Gebäude, auf das ich hier gerade zeige. Oh, ganz recht. Ja, da gibt es noch eine zweite. Den Feuer schlund. Der liegt etwas weiter außerhalb. Nun, dann sollte ich mich dort einmal umsehen. Tun Sie dies? Der Großbauer. Der alte Großbauer, den ihr erwähnt habt. In dieser Opa Blasius. Er war mein Vater. Oh, ihr Vater. Oh. Sind Sie auf der Suche nach... So ist es. ...nach Hinweisen bezüglich seines Ablebens? Klingt sehr exotisch. Eine schöne Kopfbedeckung habt ihr da. Nun, wenn ich... ...winden sollte... ...den Mörderer meines Vaters... ...dann werde ich im Sehen tief in die Augen genommen. Dann werde ich sagen... ...Mörder. Mein Name ist Teblasius Arricus. Du hast getötet, meine Vater. Jetzt bist du... ...des Todes. Aber glücklicherweise... ...hört ihr ja nicht mit seinem Mord zu tun. Ist das richtig? Nicht meine Flasche! Das ist richtig. Allerdings, ähm... ...hab ich da vielleicht ein paar familiäre Probleme mitbekommen. Nicht, dass ich da meine Nase irgendwo reingesteckt hätte in Dinge, die mir nichts angingen. Aber es gab da einen Streit um die Nachfolge des Großbauern und, äh... ...zwei Personen, die fielen da ganz besonders auf. Unter anderem eine Frau, gekleidet ins Weißte... ...im weißesten Weiß mit einem sehr harten Blumenstrauß. Den nutzte sie dazu, um mindestens zwei Leute zu Boden zu schlagen. Eine gefährliche Frau. Bei der würde ich mich auch mal umhören. Tatsächlich. Eine Frau in weiß mit einer Blumenstrauß. Vielleicht trägt sie inzwischen auch schwarz. Ich glaube, sie hat ihren Mann getötet. Alles ein bisschen kompliziert. Hier passieren einige Dinge. In kürzester Zeit. Es scheint mir hier... ...sticht jeder jeden ab. Hm. Würdet ihr so etwas tun, wenn ihr... ...den jetzigen Großbauern gegenüber treten würdet? Von dem ihr aber nicht wisst, ob er der Mörder eures Vaters ist... ...oder vielleicht ganzlich unschuldig war? Ja, dann wünsche ich euch viel Glück auf eurer Suche, Norch. Vielen Dank. Ihr habt mir sehr geholfen. Wie ist euer Name? Tom. Tom. Nein, ich lebe in der... Ich lebe auf der Straße. Tatsächlich. Auf welcher Straße? In welchem heruntergekommenen Loch habt ihr Runterschlupf gebunden? Es wechselt von Nacht zu Nacht. Je nachdem, wo ich ja... ...möglichst nicht davon gescheucht werde. Nein. Ich kann... ...sehen eure... ...Hauptmast. Danke. Vielen Dank. Ja, ich habe auch viele ansteckende Krankheiten. Also ich würde eigentlich gar nicht mal so nah an mir dran stehen, wenn ich sie wäre. Nun, ich bin einiges gewohnt an Bord der Schiffe, mit denen ich war unterwegs bisher. Hm. Wie glücklich. Seid gegrüßt, Brüder, der... Oh! Ihr! Könnt ihr euch vielleicht anziehen? Oh! Fabriel! Fabriel. Was machst du da? Gehört der nicht jetzt auch zur Königsfamilie? Oh Gott, das will. Schwester, Herz. Einer der Brüder hat gerade ein Pferd gezogen. Ein Messerchen. Was ist das denn für ein kleiner Schniebbeln? Wer hat ein Messerchen geschoben? Der ist durchschnittlich groß. Und hier, der da. Der Kerl, der mich so fies anguckt, Schwester, Herz. Der hat ein Messer in der Hand gehabt. Er hat ein Messer in der Hand? Ja, stimmt, wirklich. Und vor Schreck habe ich mich ausgezogen, glaube ich. Die Reihenfolge habe ich durch meine ganze Zeit. Einer war vorher ausgezogen. Der lügt vielleicht schon ausgezogen gewesen, als wir eingetroffen sind. Hat die der Majestät gerade mit einem Kürbis beworfen? Sind wir nicht nur zu euch gekommen, weil ihr ausgezogen in der Gegend rumstandet und aussaht, als wenn ihr Hilfe benötigen würdet? Oh, das kann auch sein. Ja, der sah wirklich ganz schön hilflos aus. Und preisten wir euch nicht nur, um euch vor den Blicken der Dorfbewohner zu schützen, weil ihr nackt auf dem Dorfplatz steht. Oh. Das macht Sinn. Ja, vielleicht wollten die guten Männer mir nur dabei helfen, meine Klamotten wieder anzuziehen. Und etwaigen Blicken von außen zu entgehen. Das kann schon sein. Ja, alles in meinem Leben. Hallo. Gut, dass ich dich finde. Ich hatte dich sowieso gesucht. Ich wollte dich nämlich etwas fragen. Ja, bitte. Ja, natürlich habe ich die Schwesterherz. Das alles eben war nur ein Akt. Der nackte Vollidiot, den alle unterschätzen. Aber ja, in der Tat, ich habe Informationen. So, unter Königsdienern, ihr solltet nicht so laut reden. Ich habe euch da drüben gehört, nur so als Informationen. Wartet. Was habt ihr gehört? Irgendwas mit nackten Vollidioten und unterschätzen. Hier. Aber ich als professioneller Königsdiener möchte damit absolut nichts zu tun haben. Deswegen halte ich einfach die Klappe und Geh und so. So, als hätte ich nichts gesehen und nichts gehört. Ciao, Leute. Gut, vielen Dank. Achso. Oh, ich wollte doch die Person sein, die die Neuigkeiten überbringt. Du hast es ihm schon gesagt? Oh nein, Chaosus hat es ihm bereits gesagt, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wir kennen jetzt den Mörder seiner Schwester. Was? Wer ist der Mörder? Ein exotischer Mann aus einem fernen Lande. Ein exotischer Händler, von dem, was ich gehört habe. Wer? Ah, der lief hier eben noch rum und ist von Stand zu Stand gelaufen. Also, vielleicht finden wir den gleich. Das können wir wohl einmal sagen. Ja, vor etwa 10 Minuten. Wir sollten zur späteren Stunde bei der Seherin sein. Das wurde mir vorhin von der Seherin zugetragen. Oh. Das kann ich nicht beantworten. Ja, nach davon habe ich gerade gehört, dass diese komischen Rauten, genau, beim Vorbeilaufen meinten, dass es wohl schwerer wird, als gedacht. Vielleicht wollen die mir doch nicht beim Anziehen helfen. Ich bin mir nicht zu sicher. Ich vertraue dem Vater nicht. Von Anfang an zwar nicht. Er hat mich jeden Tag bisher entführt oder gefangen genommen. Ich meine, was soll ich denn davon halten? Aber, ich wünsche euch auf jeden Fall... Wärt ihr da wie doch nicht, falls ich mal kurz stöhnen könnte? Haltet ihr mich auf dem Laufenden, Schwarzer Ritter? Habt ihr Lady Padina gesehen? Ich werde es versuchen. Oh, ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Schwarzer Ritter, noch eine letzte Frage, Sir. Oder ist es bereits an der Zeit für... Ihr wisst schon was? Noch nicht. Oh. Okay, dann lasse ich es für den Moment noch zu Hause in meiner Truhe. Oder? Ja, ja. Ihr solltet versuchen, es nicht offentragen zu lassen. Natürlich, ich würde es ja... So mit mir führen, dass Nemo etwas mitbekommt. Ich habe das Gefühl, es wird heute noch mehr Blut fließen. Pass auf euch auf. Habt vielen Dank, das werde ich. So, wo finde ich die Seherin? Für den Fall, dass wir... Ihr wisst schon, wen finden. Der Mann, der für... Ihr wisst schon, was verantwortlich ist. Sollen wir ihn stellen oder erstmal ignorieren, bis wir uns bei der Seherin treffen? Ich würde sagen, wir treffen uns erst bei der Seherin. Ich bin mir 100% sicher sein. Verstehe. Natürlich. Sehr wohl durchdacht. Wie es sich für den Schwarzen Ritter gehört. Nichts Geringeres hätte ich von euch erwartet. Nun denn. Es ist Mo. Es ist Mo. Es ist Mo, Alda. Wir müssen aufbrechen. Nach Hause. In unser Bauern Dorf. Es ist Mo, Alda. Ganz einfach. Es ist Mo, Alda. Ja? Ja? Was hast du jetzt vor? Hä? Was hast du jetzt vor? Oh, ich darf, du weißt schon was aus der Truhe von zu Hause holen. Okay, ich komme kurz mit. Okay. Ich habe leider keinen Sattel mehr für zwei Personen. Oh. Ich besitze jetzt ein königliches Haus. Es ist Mo, Alda. Wir brechen auf. Unser Zuhause wartet. Wer spielt den Schwarzen Ritter? Äh. Das müsste auf der... Auf der Webseite stehen. Ich glaube, ich hatte mir das gestern noch angeguckt. Kerak oder so? Aber ich glaube, der Schwarze Ritter streamt nicht. Da wollte ich auch mal reingucken. Das sieht ja voll lame aus. Weg damit. Der Rest ist in Ordnung, glaube ich. Ja, die Melonen. Hey, Mo. Hä? Der Ritter bat mich darum, du weißt schon was, möglichst unauffällig mit mir mitzuführen. Deshalb habe ich es in meine Taschen gepackt, sodass ich nicht direkt rankomme. Sieht man irgendwas? Ja, auf deinem Rücken. Scheiße nochmal. Das sollte nicht sichtbar sein. Wie kann ich das denn möglichst unauffällig mit mir mittragen? Keine Ahnung. Guck mal, ob das vielleicht einfach so ins Pferd... Der hat doch auch so Sattel in Taschen. Ins Pferd. Aber was, wenn das jemand rauszieht? Ach, naja. So, wo ist es genau? Wann? Also, ich weiß nicht, ob das geht. Ja, das geht. Da guckt jetzt kein Schwert raus, hm? Nee. Großartig. Hoffentlich guckt niemand in dir. Ich sag dir, ich... Ich ertrag das nicht die ganze Zeit. So in dem Königshaus. Da ist immer alles so anständig. Und die wollen da alle miteinander rummachen. Ey, schwarzer Ritter, was gab's? Nur damit du auch Verscheid weißt. Das ist meine Verkleidung, damit ich auf die Königin aufpassen kann. Also das andere, du weißt schon. Schaufel? Schaufel ist erlaubt, oder? Gut. Ich befürchte, es wird noch... ...schlimm werden heute. Schlimm meine ich. Es wird wahrscheinlich viel Blut fließen. Ja. Ich kann's kaum erwarten. Für die Gerechtigkeit. Für den Tod. Für den schwarzen Ritter. Und sein Rache fällt zu. Ja, für den schwarzen Ritter. Ja. Für die Nachbarschaft. Für unsere Königin. Ja, das auch. Für den Großbauern. Und ich bin auch dabei. Wir müssen unsere Augen und Ohren auf jeden Fall offen halten. Und sobald wir sehen, dass jemand auf die Königin zielt, eingreifen. Verstanden. Na klar. Denkt dran, ihr könnt im Notfall eure Schwerter auch mit einem gezielten Wurf schmeißen. Ich brauche Jahre, um das zu erlernen. Bleib hier. Sollten wir hinterher? Klingt spannend. Ehrlich gesagt habe ich Lust auf Blut. Okie dokie. Vielleicht hätte das ja was mit den Angreifern auf unsere Schwester zu tun. Oh, das ist ein... Ja, los hinterher! Schwarzer Ritter. Was ist passiert? Hier läuft ein zwei Meter großer, lebender Keks herum. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ihr habt sicher auf euren Reisen schon einiges gesehen. Und ich denke, ihr könnt darauf vertrauen, dass solche Dinge auch mal existieren. Seid einfach nur auf der Mut. Schnapps hast du wieder geschnüffelt ein bisschen. Na? Hat's geschmeckt? Gar nichts habe ich getrunken oder geschnüffelt. Ja, 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 ja. Das passiert, wenn man im Greifenhaus trinken geht. Ich bin einfach nur auf eure temperische Expertise, wenn es darum geht, die Leute hier zu beschützen. Vor einem zwei Meter großen Keks. Nun, es soll wohl mehrere davon geben und alles Übernatürliche ist. Unberechenbar. Ok. Oh, ja, hallo, noch. Ihr habt euch wohl, Schwarzer Ritter. Ja, nicht. Ich habe euch gestern vermisst. Ich habe es sehr spät mitbekommen, dass das... Ja, jemand hat Ongchen... Jemand hat Ongchen einfach losgewunden, nicht? Und den Wald gelassen, nicht? Mit irgendwelchen seltsamen Pilzen, nicht? Sabotage! Muss den ganzen Tag nicht machen, nicht? Ja, aber eure Schwester hat doch keine Herre, nicht? Ja, das hat sie. Glückwunsch als solches, nicht? Oh, danke. Danke. Mein Blut fühlt sich jetzt auch ganz anders an. So königlich. Ja, so königlich, nicht, ne? Hm, ja. Habt ihr zufälligerweise Lady Patina gesehen, nicht? Ähm, in... Im Schloss vorhin. Gerade eben, nicht? Oder vor uns schon, nicht? Weil ich war oben, nicht? Ihr habt mir gesagt, die ist unten. Jetzt war ich unten, dann... Das ist wieder oben sein. Ja, ja, ja. Kann ich euch leider nicht helfen. Oh, schade nicht. Ich werde dir ausrichten, dass sie nach ihr suchet. Sollte ich sie sehen. Das wäre fantastisch, nicht? Vielleicht könnte er heute doch noch das Rennen machen, nicht? Wenn nicht, dann denkst du nicht. Ja, würde ich auch schön, nicht? Auf Wiedersehen, Schweine-Rennen-Mann. Schweine-Rennen-Mann. Wasser auf die Schauk. Stehen schwere Zeiten. Wir brauchen... Wir brauchen für euch noch Bögen oder eine Armbrust. Oh! Ja, finde ich auch. Großartiger Einfall. Ihr werdet jetzt im Namen des Schwarzen Ritters meine Knappen sein. Oh! Oh! Eine große Ehre, eure Ritterlichkeit. Du brauchst, du brauchst eine Maske. Niemand darf wissen, dass der königliche Bruder... ...er Schwarzritter. Oh, ich brauche auch eine Maske. Wir brauchen... Wir brauchen... Komm zu mir. Du bist der rote Ritter. Oh! 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 Hiermit schlage ich euch... ...in diesen schweren Zeiten... ...zu meinem... Das ist der schönste Tag in meinem Leben, Mau. So mögen eure Schwerter durch das Fleisch schneiden. Blut möge spritzen und unsere Gegner untergehen. Aha, ja! Bleiben hoch auf den Schwarzen Ritter. Lang lebe der Schwarze Ritter. Bluten sollen seine Feinde. Bluten sollen sie alle. Und lasst uns den Schmied aufsuchen und einen Bogen für euch bekommen. Jawohl. Geil. Schwabel, Großbauer, Prinz, Knappe. Nein. Wie die einfach kacken zwischendurch. Schwager des Königs, genau. Der weißen langen Bart und den Zauberstab. Der weiße... Was ist das? Da liegt zu viel Zeug auf dem Boden. Weißt du, was passiert? Alkohol. Hoffentlich kann er seiner Arbeit noch nachgehen. Was ist hier passiert? Ich weiß es nicht. Hoffentlich ist der Schmied noch dazu in der Lage, seiner Arbeit nachzugehen. So wie das hier aussieht. Gut, wir müssen den Schmied finden. Und ich muss ihn überlegen, uns zwei Bögen zu geben. Und Pfeile. Hm, hm. In schweren Zeiten kannst du bestimmt auch die Tür heintreten, oder? Ich möchte es erst auf die freundliche Art besuchen. Nein, natürlich, natürlich. Ich werde auf dem Wachplatz... Ich werde auf dem Wachplatz... Ich werde auf dem Wachplatz besuchen. Ich werde auf dem Wachplatz besuchen. Ich werde auf dem Wachplatz besuchen. Keiner kauft mehr Waffen wegen Waffenverbot. Er ist pleite. Oh no. Oh no. Hier kommt gute Kundschaft. Ich bin mir sicher, der schwarze Ritter bezahlt auch richtig gut. Und wir brauchen für euch Masken. Selbstverständlich. Wo finden wir hier Masken? Die Schneiderin könnte uns da sicher weiterhelfen. Hallöchen, Lei. Hey, danke für die süße Message. Hi, moin moin. Chat, der Schmied hatte doch so graue Haare und einen grauen Bart, ne? War so ein älterer Herr. Ich glaube, der hatte auch einen Lehrling, aber bei dem weiß ich nicht mal, wie der aussieht. Wenn du was sagst, laufe ich genau in die andere Richtung. Da muss ich... Aber ich muss weiter. Ich suche den Schmied. Ja, naja, ich weiß ja vielleicht, wo er ist. Habt ihr mein Schmied? Ich muss ein Pferd noch holen. Alter, das ist doch gut. Mensch, ich weiß doch wohl jetzt. Ja, vermutlich. Würde ich auch sagen. Surreal, du siehst so gehetzt aus. Was ist los? Gesperrt aufgrund von Befall von Bettmaden? Sieht so aus, als wenn sie nicht zu Hause wäre. Meistens ist die Tür sonst offen. Hier draußen habe ich sie aber auch noch nicht gesehen. Vielleicht häuten sie wieder jemanden. Hat das Pferd schon wieder Hunger oder immer noch? Ich weiß nicht. Es ist halt kein so gutes Pferd wie das vorm schwarzen Ritter. Das Pferd vorm schwarzen Ritter hat halt eine viel größere maximale gelbe Leiste. Bei mir ist das, glaube ich, schon das Maximum, oder? Wir können doch mal kurz gucken. Friss, mein Kleiner. Sehr gut. Ich glaube, es wurde gerade sein Pferd geklaut. Wieso denn mein Pferd? Ich war unaufmerksam. Echt? Das ist gar nicht gut. Ja, Halsabschneider machen doch alles, um Gold zu bekommen. Hey, mein edler Krieger und Ritter und ich, mein Rivale irgendwie irgendwo. Oh, wegen des Fanclubs. Bezüglich des schwarzen Ritters, ja. Ja, natürlich. Hast du zufällig Lord Edwin gesehen? Ich muss ihm eine sehr peinliche Nachricht übermitteln. Vorhin ist er ganz kurz. Ich glaube, das war vor den Burgtoren. Da kreuzen sich unsere Wege, aber seither habe ich ihn nicht wieder gesehen. Tut mir leid. Sag mal, du bist doch natürlich dafür, dass die aktuelle Königin regiert, oder? Ja, natürlich. Sie ist schließlich meine Schwester. Ich habe gehört, dass immer noch ein wenig Unmut in gewissen Kreisen herrscht. Die planen, sie vielleicht doch nochmal anzugreifen. Natürlich habe ich bereits entsprechende Parteien informiert. Den Meister zum Beispiel. Aber nehmt euch in Acht. Beschützt sie. Ihr seid der Einzige, der es kann. Welche Parteien? Ähm, der Finger des Bürgermeister, äh, des Königs, der mittlerweile auf Flucht ist. Der läuft hier noch durch die Gegend. Wie kann ein Finger durch die Gegend laufen? Frag mich nicht. Ich habe heute sogar einen Lebkuchenmenschen durch die Gegend laufen sehen. Der zwei Meter große Keks. Wir hörten von ihm. Ja. Er klang irgendwie als, wer ein sei. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Ähm, kümmert euch lieber um den Kompott. Beschützt sie. Hört ihr? Beschützt sie. Ich werde tun, was in meiner Macht steht. Der schwarze Ritter ebenso. Ihr natürlich auch, schwarzer Ritter. Nur habe ich gehört, dass... ...der gute Mann sie besiegt hat. Und seitdem ist mein Respekt für sie ein wenig gefallen. Aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Was? Ihr sollt doch verloren haben, oder nicht? Wovon redet ihr, guter Mann? Der schwarze Ritter verliert nie. Aber ihr... Aber ihr seid auf seinem Pferd geritten. Was? Oh, das ist nur ein Missverständnis. Der schwarze Ritter überließ mir die Obhut seines treuesten Rosses. Vergeltung! Ich habe nichts gesagt. Nun, ihr seid informiert. Danke für die Information wegen dem Lord Edwin. Kimmert euch darum, wenn ihr Hilfe braucht. Sagt Bescheid. Habt vielen Dank. Aber ihr müsst wirklich eure Zunge hüten. Solche Gerüchte verbreiten sich wie ein Lauffeuer. Der schwarze Ritter und verlieren. Also wirklich. Ich wollte hier ausfinden. Dass ich, wenn es stimmen sollte, werde ich euch einen Boden abnehmen. Dann habe ich ja nichts zu befehlten. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ähm, wurde gerade euer Pferd geklaut? Hä? Ja, weiß ich nicht. Hallo, ich habe kurz ein Lädelchen gemacht. Ich glaube, es ist, äh, es war doch ein weißer Schimmel, oder? Ja, ja, Willi hieß er. Das tut mir leid. Mo, ich bin aufmerksam. Das war ein bisschen Königswert. Was? Wie? Gott sei Dank hat Schwabriel, der große, hartige, äh, schon vorgedacht und einen Sattel auf der Geltung gemacht. Darf ich, ich frag trotzdem noch mal, darf ich da mitreiten? Ja, ihr dürft. Ich bin so neidisch. Wie fühlt sich das an, Mo? Beschreib es mir. Ich fühle mich jetzt stark. Ich habe eine Aufgabe in meinem Leben. Es ist mein Daddy beschließend. Oh, das war so cool. Musst du mich festhalten, oder? Er musste den Talagern schon obteilen. Wir müssen den Schmied finden. Hm. Vielleicht hat er Zuflucht um Alkohol gesucht, aufgrund des Waffenverbots des Königs. Könnt ihr mir vorstellen, dass seine Geschäfte denkbar schlecht laufen? Oh, bin ich da über jemand drüber? Ups, sorry. Äh, äh. Warte, ist das hier nicht der, der Schmied? Nee, oder? Ja. Ich glaube, der Schmied sieht so ähnlicher aus. Ja. So, gebt ihr mir ihren Zopf. Mein was geben? Ja, gebt mir, gebt ihr mir euren Segen zu ihrem Zopf. Ja, aber dafür müssen wir erstmal die Flasche schnaffächsen und dann... Ja. Ja. Komm wohl. Hast du ihn gefunden, Schmarrer? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine... Ich meine, das ist er. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ihr wollt vielleicht ein bisschen innehalten, guter Mann. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh, 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 oh. Er hat mich zu Boden gesoffen. Er hat mich zu Boden gesoffen. Hat der denn? Ich nenne kein nix mehr, aber ich bin würdig. Wegen ist Christoph. Du bist würdig. Du hast mich zu Boden gesoffen. Er hat mich zu Boden gesoffen. Ich komm hoch. in den Händen von solchen Leuten liegt. Dann kann das doch gut sein. Ein fantastischer! Ihr seid eingeladen zum 21. Glockenschlag. Fantastisch, ich bin stolz auf dich, mein zukünftiger Schwiegerenkel. Es wird Brot gebacken vor allen Gästen? Oder der schwarze Schnitter? Schnitter, ja! Wann ist denn los? Ich brauche euch kurz. Ne, die Grundschwader? Auf den roten Haaren kann er gezeigt. Meiner von euch, ihr seid auf der Seite des Schmiedes, oder? Nein, ich bin der Meisterschmied. Aber leicht betrunken. Ich bin in den Kurs, aber Hilfe. Ich hoffe, das werde ich so anfangen. Jetzt haben wir's los. Wir sehen uns da zur Hochzeit, ne? Eine Hochzeit, ne? Wir heiraten heute. Es geht um Leben und Tod. Ja, ich komme. Auf dem Haus muss ich wieder. Was soll ich gut sein? Wir heiraten. Oh! Euch kenne ich doch. Grüße! Da war ein Mann, der nach euch gesucht hat. Ja. Oh, wer denn? Da muss ich noch mal kurz überlegen. War das der Schweinebauer? Oder war das jemand anderes? Ich hab Zeit. Ich hab' den Schweinebauer nach ihm gesucht, oder? Oder hat der nach... Nein, der hat nach der bärtigen... Oh, das hab' ich leider vergessen, aber irgendjemand ist definitiv auf der Suche nach euch. Verzeiht. Ach. Nicht schlimm. Als Bruder der Königin... Da geht's doch sicherlich einmal unter, nicht wahr? Ja, ja. Es ist ziemlich viel los, diese Tage. Unser Meister braucht uns. Wir müssen jetzt zum... Was? Verzeiht dich. Haha. Hoffentlich... Oh! Mister... Seefahrer... Inselmann... Und äh... Erwin. Also... Hoffentlich kreuzen sich unsere Wege bald erneut. Was ist los mit dem? Das ist ganz normal auf dem Dienstagvormittag. Ich hab' das Gefühl, wir benötigen ein Pfandsystem. Ach, du, ich glaub' nicht. Scheiße, Mann. Was hat Maul nicht gesagt, ich soll hier hin? Ich muss erst mal was essen. Warte, Lord Edwin und Erwin? Ich dachte, das sind die gleichen. Oh, Chat. Ich bin nicht so gut mit Namen. Woops. Egal. Kommt schon klar. Erwin Edwin ist fast der gleiche Name. Okay, warte mal. Äh... Was fängt hier? Guten Morgen, gnädigste. Sagt, ihr arbeitet doch in der Schneiderei, nicht wahr? So ist es. Oh! Ein Saufgelage. Ich glaube, der Schwarze Ritter benötigt später noch eure Dienste. Oh, großartig. Die ist so creepy, ich liebe die. Ich kann keine Masken herstellen. Aber ich muss diesen Dolch repariert haben. Sonst kann ich keine Masken herstellen. Ich kann kein Leder schneiden. Ich hätte was reparieren. Na ja, pass mal auf. Also, hier sind zwei Bögen oder was? So. Okay, also, wenn du willst, kannst du die da von der Wand runternehmen. Ich kriegst wieder oben, oder? Chaosius, ihr wirkt so muskulös. Na ja, war super. Wie bitte? Bäh? Verzeih dich. Der hat sich verwechselt. Hm, versteh ich. Werde ich öfter. Wups. Was ist das? Heute gehen unsere Träume in Erfüllung mit Schleser? Das wird großartig. Ich kann es kaum erwarten, irgendwie meine Pfeile in den Allerwertesten zu schießen. Ja. Diese Ehre, mit dem Schwarzen Ritter zu arbeiten. Wir sind ein bisschen Auserwählte. Mir ist doch egal. Bezahlt ist bezahlt. Wir werden Helden. Ja. Ja. Da ist eigentlich Spasidio, nicht? Nein. Weißt du das? Du kriegst auf jeden Fall so nicht. Aber... Wir sollen hier bleiben, sagt er. Na gut, was Schafe ist für die Schafe. Ja, lass dich mal kurz durch, bitte. Was ist denn hier draußen los? Oh. Krone? Ne, die hat glaub ich so'n Dutt irgendwie oben. Oder so'n... Du weißt ähnliches. Die Haar geflochten. Ja. Wo war denn? Oh. Soll ich mitkommen? Gut. Denkt dran, wir sind zusammen auf der Schweinsjagd. Richtig. Richtig, richtig. Schweine. Riesengroße Dinger. Wir brauchen Schweine für... in den nächsten Tage, wenn's kälter wird. Falls ihr gefragt werdet, ihr geht mit dem Ritter zusammen jagen. Wer bringt euch das Jagen bei? Mhm. Alles klar. Gut. Jetzt brauchen wir noch die Masken für euch. Dann auf zur Schneiderin. Wir dürfen Waffen führen. Cool. Im Hafen. Meine Mama hat mir einfach erlaubt... einen Bogen zu tragen. Warte gut. Wie cool ist das denn? Ja. Fantastisch. Wir holen euch jetzt noch die Masken und dann... Alles klar. Jawohl, eure Ritterlichkeit. Ja. So schön wie die... Das ist viel zu viel, die Dame. Oh, wisst ihr, ihr seht aus wie ein armer Mann. Ihr braucht es dringender als ich bin. Ich nehm gerne Urinales an. Ja. Wie ihre Ärmel auf Blut versifft sind. Wir brauchen vielleicht... 5 Minuten dafür. Ihr könnt mir gleich in meine Schneiderei folgen, wenn ihr wollt. Ich freu euch. Ich fahm sofort nach. Die sind mir nicht geheuer. Wer sind die nicht geheuer? Nein, die Leute von der Schneiderei. Die ganze Menschenhaut. Ich kümmere mich darum. Hab Dank, schwarzer Ritter. Ich komm sofort nach. Wow. Ich hab Angst, dass wenn es harte Fahrt kommt, ich keine Ahnung hab, wie man einen Pfeil abschießt. Wenn ihr fertig seid, kommt dann gleich noch mal zu mir. Ich hab ne Frage. Was denn? Wo die Schweinejagd beginnt. Das ist ein Privatauftrag im Namen des Königs. Das für das königliche Mahl zur Feierlichkeit wegen der Trauung von gestern der Königin. Irgendwie sowas. Seid ihr auch daran interessiert, Schweine zu jagen, guter Mann? Nö, ich bin eigentlich nur da, um mit den Leuten zu saufen. Wer steckt denn eigentlich das Pferd bei mir hier in den Tresen rein? Oh. Warte mal. Ey, das ist mein. Wo kommt das her? Was ist das, Willi? Dankeschön. Ja, ja, bitteschön. So, komm. So, unser Meister. Okay. Wirst du noch Pfeil in den Bogen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ob man die einfach... Ich glaub, man... Lässt die im Inventar und er zieht die dann automatisch, wenn man den Bogen zückt. hat. Ich bin unsicher. Ich mag es nicht... Ich habe Fragen von Geln. Verzeiht, guter Mann. Der sah so aus, als ob er euer Gemüse klauen will, gute Dame. Ja, ich bin deshalb schnell hinter den Stand gekommen. Ich habe wichtige Aufgaben zu... Oh nein, er ist weg. Streamer auch? Ja, Jay. Jay-Corner. Ah, jetzt, ja. Könnt ihr bitte kurz das Zimmer verlassen? Ich muss mich um diese drei Herren im Einzelnen kümmern. Ich werde euch gleich hereinbitten. Ja, natürlich. Hinaus, hinaus mit euch. Das ist das falsche Hinaus. Ach so, ich habe gedacht, ich soll jetzt ein anderes Zimmer. Entschuldigung. Raus, 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 raus. Gehört noch ein dritter zu euch? Ah ja, ihr seid zu dritt. Perfekt, so gut. Ich gebe euch diese beiden Masken und... Schwarzer Ritter, ich habe diese hier für euch. Falls ihr auch eine tragen wollt, ich denke, sie könnte passend sein. Alternativ gäbe es das hier. Wollt ihr es mal anprobieren? Das sieht sehr schweinig aus. Ja, ich muss das erstmal auspacken. Das ist gut verpackt. Das dauert ein Augenblick. Es riecht ein bisschen unangenehm, aber fühlt sich sehr gut an. Oh ja, es ist aus billigen Tierledern. Es ist leider kein edles, kein edles Menschenleder. Oh. Also ein bisschen mehr. Hast du noch ein bisschen mehr? Vielleicht was anderes? Ich fühle mich wie so ein Täubchen, nicht wie ein Schweinekiller. Ihr wolltet aussehen wie ein Schweinekiller. Ich dachte, ihr sollt aussehen wie ein Schwein. Ich finde, das steht euch ganz wunderbar. Okay, Schwarzer Ritter da, wenn sie das befehlt. Habt ihr vielleicht noch die passende restliche Kleidung? Gibt es dazu restliche Kleidung? Zu diesen beiden Kostümen, meint ihr? Ja, in schwarz. Oh, hat er eine zweite Sache bekommen? Eine Maske? Der letzte Anzug in eurem Leben? Hey, ich habe 18.30 Uhr überlebt, okay? Ihr habt alle gesagt, um 18.30 Uhr bin ich tot. Eure Ritterlichkeit, jetzt wo unsere Gesichter verhüllt sind, bekommen wir vielleicht auch noch so etwas wie Code-Namen? Das bei den Fehler ist vielleicht ein bisschen zu exotisch. Was wird um 18.30 Uhr passieren? Ich weiß es nicht, irgendjemand meinte, ha ha ha, wäre lustig, wenn du um 18.30 Uhr stirbst. Nicht um 18 Uhr, nicht um 19 Uhr, um 18.30 Uhr, als ob da irgendjemand was geplant hätte. Wobei kommt vielleicht ein kleines Ohr, gerne, gerne, gerne. Ihr bekommt alle Leichen, die ich kriegen kann. Komm, wir klappen nochmal. Oh, hallo, ein fehl Moment. Wir haben aktuell noch Grundsatz. Kaka, 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 alles klar. Oh, kaka, kaka, kaka. Gut. Was wollt ihr noch? Dann verkleidet euch genau wie meine Knappen und sie werdet mit mir reiten. Dann sollten die Knappen doch ein bisschen besser aussehen. Hä? Könnt ihr euch einigen, auf welchen Überwurf? Was meinst du? Ihr sollt euch einigen. Wir sind vor für keine Federtiere. Okay, dann in schwarz, okay? Dann in schwarz. Entschuldige mich, die beiden. Oh, alles gut, alles gut. Oh, das gefällt mir. Manchmal ist es nicht so leicht, das Richtige rauszusuchen. Ihr könntet auch kleine Taublein sein. Ihr seid kleine Tauben. Ja, das sind kleine Taubenmaske. Was ist das denn? Das gefällt mir. Ja, wisst ihr. Was ist die Waffe? Diese kleinen Tauben, sie kratzen manchmal die Augen aus. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ach komm, schauen. Lass uns das mit der Maske, das ist ja besser. Das passt doch. Das sieht so elegant aus, wenn das so über die Schultern zusammenfühlt. Ich richte mich da vollkommen nach euch, oh schwarzer Ritter. Ja, genau. Es gibt so viele Möglichkeiten, wisst ihr? So viele Möglichkeiten. Oh, der schwarzer Ritter muss wohl drüber nachdenken. Nee, also der hat ja als Rittsperson auf mich gezeigt, also wollte er das... Dein Anblick hat ihn ohnmächtig werden lassen. Tja, das ist der Silbervogelblick. Gut, gut. Nun dann, welchen Überwurf nehmt ihr den schwarzen mit den Federn? Braucht ihr noch etwas anderes? Ja. Was hast du denn immer so was? Du bist die Mode-Expertin. Wollt ihr eure Muskeln zeigen? Ich denke, ihr solltet eure Muskeln zeigen. Durchaus, durchaus. Wie wäre es hiermit? Probiert das, probiert das. Oh ja. Wie sieht das aus? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Normalerweise mangelt es mir nur unten herum an Stoff. Praise the sun. Und damit soll es getan sein. Okay. Mm, 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 mm. Oh. Coco! 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 Dank. Gut, ihr seht super aus. Oh, ihr braucht noch Handschuhe. Danke, danke. Grün ist meine Lieblingsfarbe. Wenn die beiden mitnehmen, dann sollen die beiden noch die Masse anziehen, dass es mehr Ladylike. Tatsächlich? Nein. Also. Ist das nicht genau die, die ich schon trage? Ja, kann ich einfach mit der rechten Maustaste ziehen. Aus dem Inventar. Wir haben 15... 15? 15 Pfeile haben wir. Es ist wirklich hervorragend. Die ist pink, sagen sie ja. Warte, ich dachte, wir sind jetzt Vögel. Ja, wir sind... Glaub mir, wir sind Vögel. Auch richtige. Nimm sie jetzt. Und die Ladies sollen die andere Maske fahren. Ich vertraue mir. Oh ja. Oh ja, das finde ich gut. Hier sind die Täubchen und ihr seid... Ich weiß nicht, die großen Eulen mit den Zähnen. Maden, Madeneulen. Was sind Eulen? Was sagt ihr zu euren beiden Jägern? Sehr gut. Was machen wir so? Herr Robert, dein gegrüßt. Dann... Was bekommt ihr? Oh, ihr tragt nur 200 Taler bei euch, nicht wahr? Dann geht mir... Hat sie ihn nur untersucht? Ja, du brauchst auch irgendetwas Schickes. Auf jeden Fall. Aber wir dürfen uns gegenseitig nicht sehen. Oh, na endlich. Oh, sie sehen fantastisch aus. Oh, wow. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Was ist das Vögel? Vögelische Vögel. Aha. Hey, wir sind doch eher Wölfe als Vögel, oder? Bichto. Zeitgegrüßt. Bist du Stay-Neh-Muda? Ja. So, dann brauchen wir noch ein Pferd. Hat der schon immer dieses Lächeln gehabt? Ach so, warte, ich hab eins noch wieder. Hätte jemand Interesse, heute an einem Pferde gegen Schweinerinnen teilzunehmen, ne? Sehr gut. Könnt ihr was verkündigen? Seid mir gegrüßt. Mir wurde übermittelt von dem Herrn Müller, dass es heute zur 21. Stunde eine Vermehlung geben soll, wo man sich mit Mehl drinne suhlt und, naja, also es gibt da so eine, damit man auch die feuchte Stelle schneller findet und so. Also zum 21. Glockenschlag, äh, bei der Küche der Heiligen Flaute. Vermehlt werden Fiona, Mondstein, und der Müller Zorrobert mit, äh, stummen S, äh, was für sehr vertrauenswürdig gilt, Rotteplotz. Alle sind herzlichst eingeladen. Es gibt, äh, sowohl freie Getränke, als auch freie Speise, äh, für alle umsonst. Abgang, wir werden vielleicht vorbeischauen, bis zuerst müssen wir auf die Schweinejagd. Äh, kein Problem, äh, frohste, äh, Schweinefleischen. Ähm, meine Schweine sind aber sicher, oder? Hm. Oh ja, das nehme ich einfach mal als Zubiwahr. Was ist denn das hier? Ist das Schimmel? Nein. Was ist das hier? Ihr seid knappe Rabe. Und ihr seid knappe Heule. Aber natürlich... Oh, Kaka. Kaka. Oh. 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 Okay, vielleicht überlegen wir uns doch etwas anderes. Nein. Da ist mir... Oh. Die Laterne da hinten ist mir leider umgekippt. Und, äh, und ja, wenn Lampenöl ausläuft, ist es leider etwas angeguckt. Aber so sehen, das ist der Grau-Knappe. Und, äh, löschte und, äh, sauber. Und ihr... ...seit der Dunkel-Grau-Knappe. Kann ich... Kann ich nicht der Weiße sein? Der was? Der Weiße Weise. Du bist nicht weiß. Mein Pferd davon. Okay, ja, okay. Klar, der Graue. Der Dunkel-Grau. Ich grüße euch. Nun, ähm, ich hoffe, ihr seid... ...in uniklobbarer Nähe in den nächsten Stunden. Falls ich euch äußerst verzweifelt ansehe, könnte es eines... ...ich... ...aure Dienste brauche. Ich gehe hier mit meinen beiden... ...toppen auf Schweinejagd. Und... ...wir werden euch unterstützen. Sehr wohl. Habt Dank. Die Stadtwache braucht uns auch? Was ist... ...das ist ja nicht nur die Stadtwache, das ist ja... ...königlich, ne? Dunkel-Grau-Dunkel-Groder. Bis ihr das ausgesprochen habt, sind wir tot? Fuck, mein Pferd ist nicht gefüttert. Ich kann nicht sprinten. Zum Glück ist das von Mo auch nicht besonders schnell. Vergeltung ist so cool. Habt ihr bereits mit Pfeil und Bogen geschossen? Noch nicht, Sir. Das ist, äh, nicht von Vorteil. Wir werden es gleich einmal ausprobieren. Dann könntest du eine Taverne ausprobieren. Da können wir unten sind wo umgestattet. Gut. Dann gehen wir in die Taverne. Oder in unseres geheimes, geheimes Superlabor. Die Brauerei. Aber wir sind schon in der Taverne. Müssen wir die Stimme jetzt feststellen, weil wir nicht auffallen sollen? Immerhin haben wir ja extra ein neues Outfit an. Huhu. 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 Und den weißt du ja gerade... ...mechbefüllen hat. Den Namen... ...die Stimme kenne ich doch. Niemals. Schwarze Ritterstimme? Warte. Was ist meine Schwarze Ritterstimme? Huhu. Okay. Angenommen, ein Schwein läuft direkt vor mir. Soll ich euch aufmachen hinten? Nein, danke. Unbekannter, maskierter... Wir sind dem Auftrag des Schwarzen Ritters in der königlichen Königheit unterwegs. Wir müssen ihre... Denke ich mir. ...kurze Trainingszwecke missbrauchen. Ist in Ordnung. Danke. Viel Spaß. Tut dir nicht weh. Wenn sie mit der Handlung lohnen... Ja, danke. Okay, Schwarzer Ritter, welches Fass... ...würden wir treffen? Mitte oben. Jetzt bin ich gespannt. War das gut genug? Weiß ich nicht. Ein Punkt für dich. Danke. Oh, verdammt. Zwei Punkte für dich. Links unten. Oh, der ist levelt knapp. Von der Monster. Danke für die 44 Monate. Danke schon für den Support. Zwei zu eins. So sieht's aus. Huhu. Huhu. Anlegen. Rechts oben. Ah, der war schlecht. Ah. Zwei zu zwei. Für alles entscheidende Punkt. Oh, Mitte. Huhu. 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 Ihr bekommt beide einen Punkt, weil der Pfeil war gespalten. Huhu. Huhu. Wir sind ausgebildet. Vom Gott, Herr Meister schwarzer Litter. So nehmt eure Pfeile wieder. Habt Dank. Danke. Danke. Sehr gut. Habt ihr Nahrung, um euch frisch zu halten? Jawohl. Ja, nee, ja. Ich hab Wasser und Nahrung für uns beide mit dabei. Keine Sorge. Super, danke. Was für die Teamwork. Alle für einen und alle für den schwarzen Ritter. Nehmt noch hier die Kürbisse. Und? Achtung, da vorne ist die Stadtwaffe. Falls sie gleich zu uns kommen, gehen wir, sind dann auf dem Weg, Schweine zu jagen. Schweinejagd, ja. Ja, ja, ja. Vielleicht zieht ihr eure Massen so lange ab. Nur wenn es zum Kampf kommt, müsst ihr sie aufziehen. Jawohl. Und wenn wir abhauen müssen? Abhauen, sagte, gibt es auch Zeiten, in denen der schwarze Ritter sich zurückziehen muss? Nein, aber hier. Selbstverständlich. Ich schneide Rittert meinen Finger. Und jemand versucht, euch zu beschmutzen. Und den Sohn des De Blasius auf euch zu hetzen. Die werte Ex-Frieger-Tochter. Ich versuch's nochmal in der Kirche. Mo, ich glaub mir, hätte ich ehrlich mit ihm sein sollen, aber er wirkte nicht so, als ob er mit sich reden ließ. Ich hatte Angst, er hat so ein riesengroßes Schwert dabei gehabt. Wie der Volk. Zu beschmutzen. Oh ja, da ist ein Neuer in der Stadt. Der hat ein riesengroßes Schwert und sucht nach mir. Ich glaube, er will mich töten, weil er denkt, ich bin für den Tod seines Vaters verantwortlich. Das klingt nicht gut. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir unseren Gefeilsein lösen, falls es zu diesem Problem kommen sollte. Vielleicht könnte er ja Teil der Schweinejagd werden. Hi. Ohohoho. Hahaha. Nun gut, lasst uns die Sehren aufsuchen. Wir sind direkt hinter euch. Denn ihr wisst, wo die Sehren ist. Wir werden sie finden. Hallo Larry. Moin. Ob ich... Doch, ja, bestimmt. Aber... Weniger 3x. Weniger 3x. Ich hab jetzt noch gar keinen mehr. Dann sag doch was, dann bringe ich dir später was. Ach wohl, Ich bring dir was, ja, ja. Lebkuchen, man. Es gibt doch keinen Lebkuchen, Mann. Oder ist dir ein Lebkuchen, Mann, aus der Vergangenheit bekannt? Die Wachen direkt vor uns. Nein. Kurze Planänderung. Ich muss einmal ein paar Schriften studieren, aus meinem Hause. Und ihr sucht die Seherin. Alles klar. Zu Befehl. Äh, entschuldigung, sind sie die Seherin? Äh, nein. Nee, das ist die mit dem Stein. Danke. Ich bin Fiona. Bis später. Warte. Grüße, begrüße. Gott zum Gruße. Wir sind auf der Suche nach der Seherin. Oh, das ist der. Das ist der. Hallo. Genau, das ist der Bruder der Königin. Genau, genau. Schwager des Königs, ganz recht. Ja, ja, ja. Genau. Genau. Und, ihr riecht mich oder seid ihr der neue Großbauer? Oder ist es nur die gleiche Haarfarbe? Groß was? Ihr seid der Großbauer, Tom. Der Großbauer? Oh, werter Fremder, aus der Ferne. Wir hatten doch vorhin schon die Ehre. Ich würde ja zu gern... Ich erinnere mich an euch, Tom. Man sagte mir, ihr seid der Großbauer, Tom. Nun ja, also... Vielleicht... Vielleicht... Hatten wir vorhin nicht ausreichend Zeit, um... Ihr seid der Lehrling meines Vaters gewesen. Man sagte mir, ihr tragt gerne... Hosenlos. Oh, das, äh, das, äh, das, äh, vielleicht, äh, da hab ich das ein oder andere Mal... ...die Hosen fallen lassen. Aber nur aus Bewunderung eurem Vater gegenüber. Tatsächlich, ich würde mich sehr gern etwas länger mit euch unterhalten. Das verstehe ich. Vielleicht, äh... Bin ich auch an einer Unterhaltung interessiert. Doch, ähm... Wie bitte? Ja, ja. Ich bin ausgesogen und ins Exil gegangen. Von dem Haus Arikos, um zu entkommen dieser Schwachsinn. Man muss nicht immer hießen, den Hauptmast. Ach so, ja. Nur... Aber Mäste sind schon sehr schön. Naja, und vielleicht wäre es interessant, wer den Größeren hat. Oh, ähm... Naja, er eindeutig nicht. Tatsächlich. Willst du, liebe Nichte, vergleichen unsere Hauptmast? Nun gut, wenn du das willst. Was übernimm mich? Los, Hose runter! Er... er übernimmt es. Wundervoll. Schwarz, ihr Lache, Großballer. Wahrhaftig, mächtig! Ich muss meinen Blick abwenden! Ich, äh, bringe frohe... Ihr seid wahrhaftig mit Blasius verwandt, das erkenne ich auf den ersten Blick. So seid gegrüßt. Das nie wieder tun zu müssen. Aber manchmal. Es ist notwendig. Es tut mir leid, dass ich euch nicht sofort geglaubt habe. Ich wollte euren Worten keinen Glauben schenken, weil... Aber mit dem müssen Sie das für mich übertragen. Ne, äh, äh... Weil auch mir nach dem Leben getrachtet wird. Aber das hier beweist alles. Ihr seid wahrhaftig mit ihm verwandt. Sein verlorener Sohn, er erzählte mir von euch. Tatsächlich, das ich mir kann nicht vorstellen. Er mochte mich nicht. Dieser senile alte Mann. Er hat mich verbannt. Er sprach davon, dass er... Dass ihr im Exil lebt oder dergleichen. Dass er... Nicht die stolzesten Erinnerungen euch bezüglich... Ja, aber ich kann hier nicht einfach so weg. Ich muss das aufklären. Er hat... Auf dem Zeitpunkt seiner Verhandlung hat sie geschwiegen. Sie hätte aufsprechen können. Seine Unschuld beweisen können. Aber sie hat geschwiegen. Das war das, was euer Vater mir erzählte. Auf dieser... Ich bin eine treue Brüder von Ratten. Hallo. Chaosius, auf ein Wort. Vielleicht. Ja. Dieser Mann hier. Ganz recht. Dieser Mann hier berichtete mir vom Tod. Vom Tode Blasius. Ich kannte Ihre Informationen nicht. Weil ich zu jenem Zeitpunkt... Und das wäre auch mein... Mein Alibi, falls es so etwas zu dieser Zeit schon gibt. Ähm... Ich... Ich... Zum Zeitpunkt von... Vom Tode Opa Blasius. Da war ich gefangen genommen worden. Von der Kirche. Ein brennendes Haus. Das ganze Dorf war dabei und wurde Zeuge dessen. Casius berichtet mir kurz darauf, dass Opa Blasius nicht länger am Leben sei. Ich glaube, er hat ein paar Informationen zu seinem Ableben. Die habe ich schon weitergegeben. Ich habe schon gesprochen mit diesem Mann. Wir haben schon geredet. Oh, oh, ich verstehe. Ich muss hier links und rechts. Bin ich aufgenommen worden in Sause Flatterberg als der Renaustiener. Möglicherweise wäre das eine Position, die vielleicht ist. Uns zu helfen. Die Flatterbergs. Zu finden den Mörder meines Vaterks. Selbstverständlich. Euch helfen. Sagt mir, wie ich euch helfen kann. Meine Unterstützung habt ihr. Opa Blasius Tod darf nicht ungesühnt bleiben. Wir haben mit ihm geliebt. Wir haben sich um uns herum um ihn gekümmert. Das freut mich. Habt ihr denn auch vorgekauft, dass er hier sind? Ja. Ja, was? Ja, aber ich habe mir gebrochen, dass er gar nicht so... Hä? Oh, ihr seid gegrüht. Schwarzer Ritter. Wir suchen nach der Seherin. Das hier ist sie schon mal nicht. Und jetzt suchen wir, jetzt setzen wir unsere Suche nach der Seherin fort. Wir müssen uns zu einem späteren Zeitpunkt unterhalten. Verzeiht. Der eine Mann, der Kourosis, hat mir gesagt, der Mann, den Sie suchen, ist hinter der Thierin dahinter im Greifenhaus. Keine Ahnung, was das so bedeutet. Vorher sollten wir die Seherin aufsuchen. Warte, töten wir den jetzt doch, ohne die Seherin aufzusuchen? Es ist soweit, wir töten ihn. Oh mein Gott, ja. Der Mörder seiner Schwächte. Ähm. Wo machen wir das? In der Cafette? Oder... Ja, auch in der Cafette. Die Hauze. Hat euch gerade gesucht. Ich bin kein Freund der Raute, müsst ihr wissen. Ich weiß, deswegen... Deswegen sollten wir lieber ein wenig untertauchen. Okay, wo ist die Beeren? Wir haben sie immer noch nicht gefunden. Hallo, Tifa. Moin. Die Seherin. Was für ein Gewand trägt die überhaupt? Irgendwo? Boon? Boon. 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 Der trägt ein Röckchen. Hallo. Was sah mir nach einer Lady aus? Wer trägt denn sonst freiwillig Röck? Was guckt ihr mich so an? Was ist im Namen der Königin, okay? Es ist nur für die Sicherheit. Wo könnte die Seherin sein? Wo würdet ihr euch verstecken, wenn ihr eine Seherin sein würdet? Na ja, also ich wäre ja zu Hause, weil ich sehe alles. Aber da ist ja nichts. Oder waren wir schon bei ihr zu Hause? Wo ist das zu Hause denn? Wo? Wo? Das ist ne gute Frage. Wir sind so nutzlos. Schwabriel. Du weißt doch sowas. Woher soll ich wissen, wo die Seherin wohnt? Halt, stopp. Wir haben eine Frage. Stopp. An mich? Wir suchen das Haus der Seherin. Ähm. Ist das nicht hinten im Wald? Ja, ich glaube auch hinten im Wald. Ich glaube, das ist ein bisschen ganz schön im Wald. Ja. Ich bin ganz schön. Habt vielen Dank für eure Auskunft. Na gerne, gerne doch. Vielleicht das Haus beim Quacksalber. Der schwarze Ritter da. Dann findet ihr den Brunnen rechts. Mach es. Oh, oh, oh. Mein Pferd ist so lang so. Warum sind die Pferde so schnell ich habe ein anderes Klauen soll? Ja, entschuldigt. Ich wollte ja kurz neu. Die Daumen ist schwierig zu finden. Ja, sieht so aus. Soll es hier sein? Oh. Sprachen die Menschen nicht eben vom Quacksalber? Quacksalber. Nein, das ist der Alchemist. Seherin. Nein, man, das wird den Ritter sehen wie du. Wie soll ich denn reden? Ich will auch so ein mysteriöses Untergrüchling wie du. Vielleicht wohnt ihr da oben? Vielleicht wohnt ihr da oben im Baumhaus. Okay. Ich war hier noch nie. Ich übernehme das Baumhaus. Seherin. Seherin. Hört euch. Ich war nur zuhause. Sie scheinen nicht hier zu sein. Burk oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich war nur zu. Ich war nur zuhause. Ich war nur zuhause. Pferd ist kaputt. Ich glaube, man könnte zu dem Pferdehändler gehen oder zu der Hufschmieden. Zu der Hufschmieden und da vielleicht sich bessere Hufeisen geben lassen. Ich glaube, dann wird es schneller oder ausdauernder. Ist es einer der Damen hier? Oh, der allerbeste Freund des Maesters. Gut, dass ich euch treffe. Ich wollte euch noch fragen. Habt ihr den Mörder eurer Schwester gefunden? Links? Die im blauen Kleid oder? Ich bin auf der Suche nach der Seren, aber ich glaube, sie steht unter euch, oder? Aber die Seren hat damit nichts zu tun. Und dafür ist die Seren? Wenn ihr den Schwarzen Ritter in der Zukunft beziehungsweise, dass sich unsere Wege kreuzen, kann ich euch helfen? Könnt ihr mir helfen? Ich bin immer noch auf der Suche nach dem Mörder. Wahrlich, ich denke, lasst uns einen Schritt zur Seite gehen. Ich habe Hunde für euch. Ich weiß nicht, ob es die Worte sind, die ihr hören wollt, aber sie sind... Falls ihr Hilfe braucht, ich habe ein Schwert. Beruhigen Sie mich. Könnt ihr euch wieder mit lauschen, oder? Nun, lieber Schwarzer Ritter. Die Wahrheit über die Tat befindet sich seit jeher unter eurem Dach. Traut euren eigenen Worten. Und euch wird vergeben werden, wenn ihr frei aller Last vor die Quelle der nördlichen Insel tätet und dem Tod begegnet. Diese König entstand freundlicher Unterstützung der Kirche der Raute. Hat der selbst seine Tochter, seine, seine Schwester? Die Worte, die für euch bestimmt sind. Richtig. Ja, der Plan hat sich etwas zerschlagen. Nun, wir befinden uns auf einer Insel, nicht wahr? Und es gibt Norden, Süden, Westen, Osten. Aber ich denke, die wichtigen Worte sind die ersten. Abgang. Ihr sollt euren eigenen Worten schauen. Gerne, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Nun werde ich mich weiter auf die Suche begegnen. Viel Erfolg euch. Geht ihr nicht unter meinem Haus? Wie bitte? Meine Ihnen. Ähm, also in der Tat, meine Schwester und ich haben eine einzige Nacht unter eurem Dach verbringen dürfen. Aber vielleicht spielte sie auch etwas anderes an. Wir lassen zu meinem Haus gehen. Etwas, das sich noch jetzt dort befindet. Die Frau. Ich meine die Frau, die ich vor ihrem Haus rumwedeln sah, mit den Händen, die komische Sprüche ausgesprochen hat. Vielleicht weiß sie mehr. Wo ist sie? Wer war sie? War das die Seherin? Nein, das ist die Mörderin von dem Apfelbau. Äh, Apfelbau, ja. Du weißt, Schwabbrill, die mit dem schwarzen Kleid. Das war auch die Frau, die die Sprüche an der Tür des schwarzen Ritters vollzogen hat. Oh, wirklich? Ja. Das ist kaum zu glauben. Sollte sie hinter alledem stecken? Was ist, wenn der Ritter sie umgebracht hat und sich nicht mehr daran erinnert? Ich bin dem schwarzen Ritter schuldig. Darf ich ihnen eine Frage stellen, schwarzer Ritter? Ja. Warum tragen sie eine Rüstung und zeigen niemals ihr Gesicht? Weil ich schon lange kein Mensch mehr bin. Da! Die Wahrheit befindet sich unter meinem Dach. Wir müssen das Haus niederbrennen, damit wir unter das Dach kommen. Vielleicht versuchen wir einfach auch die Holzlatten wegzu... Was? Habt ihr vielleicht einen Keller, von dem wir nichts wissen? Ich hab einen Weg nach oben gefunden. Ja, da ist der Dachboden, auf dem Donelia und ich eine Nacht nächtigen durften. Ich hab etwas gefunden. Oh Gott, der hat etwas gefunden! Der hat etwas gefunden! Lest diesen Brief vor! Was wird lesen nicht so? Los Schwabriel! Lädst du! Schlick! Gut, dass... Mir bei Hofe, letzte Nacht... ein Grundkuss im Lesen beigebracht wurde! Ich bedanke mich, die Vorteile, die man äh, hat als Schwager des Königs! Könnt ihr meine Stimme vernehmen, wenn ich jetzt hier so rede? Ja. Sprich. Ja. Was habe ich getan? Warum musstest du leiden? Sterben? Nur, weil ich meine eigenen Dämonen nicht halten konnte. Mir war nicht bewusst, zu welchem Monster ich geworden war. Zu welchem Monster ich geworden war, bis ich dein Blut an meinen Händen hatte. Es bricht mir das Herz. Das Herz, das mir geraubt wurde und mich zu dem gemacht hat, was ich nun bin. Leer. Ich kann mich an diese Worte erinnern. Doch. Es ist viele Monde her. Sehr viele Monde. Er hat seine Schwester getötet. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Was ist das? Ich betrachte das nach Neugier. Ich will wissen, wenn sie wirklich sind. Ich bin ein treuer Diener von Linder-Schwarzritter. Das war schon immer mein Traum. Erzählen Sie mir mehr. Ich will sie verstehen. Ich möchte fühlen wie sie. Handeln wie sie. So lasst wir in den Norden reiten und schauen, ob dort weitere Antworten liegen. Die Augen habe ich schon wieder angezogen. Norden. Diese Schuldgefühle wird er bestimmt niemals überwinden können. Du blödes Pferd, du bist das allerlangsamste von den dreien. Die werden mich komplett abhängen. So viele Kürbisse kann ich die gar nicht in den Rachen stecken, damit du mal ein bisschen Ausdauer hast. Gott verdammt. Los, ist jetzt. Kann ich das essen, während ich drauf sitze? Sehr gut. Oh, gutes Pferd. Let's go. Der Steinkreis, von dem war vorhin auch die Rede. Wo ist denn der? Kartentechnisch, Nordosten. Okay. Mein Gewicht? Warte. Dass ich zu viel bei mir habe? Na. Ja? Vielleicht. Verzeiht, mein Pferd ist nicht das schnellste. Er hat diese riesengroßen Steine aufeinander gestellt. Welche starken Kreaturen machen das? Ich erinnere mich an solche Steine. Erinnert sich, hat er gesagt. Ja. Haben euch eure Reisen schon einmal in diesen Ort geführt, werter Ritter? Ja. Es sind ähnliche Begegnungen, die ich bereits hatte. Was ist das? Ich lag hier auf einem Tisch. Auf einem Steintisch. An mehr kann ich mich nicht erinnern. Ich befürchte nicht, nein. Ich befürchte nicht, nein. Das ist... Aber die böse Art und Weise. Was ist, wenn er sich wieder nicht unter Kontrolle hat und wieder auf einem... ... Wir haben alles im Blick, schwarzer Ritter. Alles im Blick. Darin habe ich auch schon gedacht. Was machst du? ... ... ... ... ... Achtung! Ist er ein Stück weit hinter mir, um zu tuscheln, oder? Der Schwarze Ritter hält aber auch immer wieder einen guten Abstand zu uns, und das finde ich einfach so ein bisschen... Einmal, während der Fuchs jagt. Ich versuche mich zu erinnern, aber das einzige, woran ich mich erinnere, ist Schmerz, Blut und Hass. Hardcore! Ja, du hattest wahrscheinlich den Hass, woher du geblutet hast, und deshalb hast du nicht bedroht. Ich kenn' das Gefühl. Ich weiß, wie es dir geht. Ich weiß, wie du dich fühlst, richtig, Fabri? Ich... Weiß nicht, werter Bruder. Wir kriegen das hin. Wir sind für dich da. So viel wie für die Königin. Hä? Hat die Serie nicht gesagt? Übrigens wurde das Pferderennen gestern abgesagt, alle hatten Angst vor Vergeltung. Dass seine Antworten auf der nördlichsten Insel am Wasserquell warten. Aber sie wussten, Schwabriel ist ein guter Reiter. Wär das nicht hier oben? So war das auf Schwabriel, oder? Ah ja, die Schweine wurden wohl vergiftet. Oh, ich glaube, ich krasche. Uh-oh. Oh. 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 Das ist ja jetzt echt unglücklich. Nochmal neu starten. Aber Internet ist noch Dart-Chat, ne? Ihr... Ihr könnt mich hören. Ja? Okay. Gut, 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 gut. Okay, okay, okay. Dann bin ich beruhigt. Jasper, danke für die 59 Monate. Vielen Dank für den Resort. Mein WLAN? Hey, mein LAN-Kabel? Mein Ethernet-Kabel, oder wie das heißt? Das ist drin, okay? Heute ist das eingesteckt. Oh. Oh. Die Umgebung sah schön aus, ja. Sehr idyllisch. Aber ich weiß nicht, ob wir am rechten Ort sind. Aber ich weiß nicht, ob wir am rechten Ort sind. Danke für das halbe Jahr hier bei uns. Hallöchen. Oh. 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 Schlimmer Traum. Tut mir leid, ich muss vom Pferd gestürzt sein. Hab mir den Kopf angehauen und... Oh. Oh. Ich hab von der Kirche... Ich hab von der Kirche geträumt. Verzeiht. Vergeltung hat euch eine Kopfnuss gegeben. Oh. Nun. Die habe ich verdient. Wegen der Dinge, die gestern passiert sind. Tut mir leid, Vergeltung. Was ist gestern alles passiert, sagt es mir. Seid ehrlich. Ich bin immer ehrlich. Vor allem, wenn ihr vor mir steht. Eure Herrlichkeit. Also, ihr habt mir gestern euer Pferd gegeben. Und ich hab es gefüttert. So wie ihr sagtet. Kürbisse. Ihr sagtet, Vergeltung liebt Kürbisse. Also hab ich so viele Kürbisse besorgt, wie mein Portemonnaie es mir erlaubte. Dann wollte ich euer Pferd vielleicht dazu benutzen, die Prinzessin auf ein Date einzuladen. Und habe den Sattel tauschen lassen. Aber ich sagte der Pferdeperson, dass nichts an dem Pferd verändert werden dürfe, weil es dem schwarzen Ritter gehöre. Dann bin ich mit eurem edlen Ross zur Stadt. Doch die Prinzessin war nicht anwesend. Das hat mich etwas erzürnt. Also habe ich beschlossen, mich zusammen mit meinem Bruder ins Schloss zu schleichen, um mich nackt vor ihr Fenster zu stellen und sie zu beobachten. Dies gelang mir nicht, weil zu eben jenem Zeitpunkt die Hochzeit zwischen meiner Schwester und dem König stattfand. Später dann schlich ich mich wieder aus dem Schloss und fütterte euer Pferd erneut. Dann wollte ich mit eurem Pferd am Pferderennen teilnehmen. Doch dieses wurde abgesagt. Genau, weil sie alle Angst hatten. Ja, 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 ja. Ja, ich glaube, dass irgendjemand seine Schweine vergiftet hat, damit das Ganze verschoben wird. Die wussten, sie hätten keine Chance gegen das edle Ross des schwarzen Ritters. Vergeltung! Nun, und am späten Abend habe ich dann überlegt, wo ich euer Pferd am besten abstellen sollte. Vor eurem Hause, doch dann dachte ich, der Schwarze Ritter ist gerade nicht zugegen, was wenn jemand Vergeltung klauen könnte. Also bin ich mit Vergeltung zu den Burgtoren und habe es im königlichen Stall abgesetzt. Und den anwesenden Soldaten gesagt, dass sie sich gut um das Ross kümmern sollten, weil es euch gehört. Das ist alles. Das war eine sehr kurze Geschichte. Abgang. Oh, wäre ehrlich gesagt. Du hast noch was vergessen. Er hat kurz erzählt, dass er sich umgelegt hat in dem Kampf, aber das haben wir schnell auf... Aber das, wie gesagt, ne, alles, alles gut. Das haben wir auch. Was? Ach, warum er Vergeltung reitet? Auf dumme Fragen mussten dumme Antworten kommen. Alles gut, glaubt ja eh keiner. Hat keiner geglaubt. Alles gut. Nein, das hat er nicht verdient. Er hat wirklich gut auf Vergeltung aufgepasst. Alles andere war 100% die Wahrheit. Das war ganz am Anfang. Das ist kein Wunder, dass er es vergessen hat. Ich wollte nur, dass wir richtig ehrlich sind. Ein einziger Hoden sagtet ihr? Ja, genau. Wir sind ein Sack. Und dann muss man bei Null anfangen. Ja, ja. Ich habe gesagt, wenn er mich belügt, wird einer seiner Hoden entfernt werden von mir. Nein, er hat ja nicht gelogen. Er hat nur was vergessen zu erwähnen. Deshalb habe ich ihn erinnert. Deshalb sind wir ein Team. Wir sind ein Team. Wir drei. Wenn ich eines gelernt habe, seit ich bei euch als Knappe in die Lehre ging, o edler schwarzer Ritter, dann... Was es bedeutet, Tapferkeit zu zeigen, auch im Angesicht einer überwältigenden Macht. Ich bin bereit. Das haben wir... Das haben wir Opa Blas ausgereift. So mit Hans zwei. Ich mach mit. Genauso wenig, wie ihr euch mit eurem Schicksal geschlagen gebt. Auch nachdem ihr erfahren habt, dass ihr für den Tod eurer Schwester verantwortlich seid. Genauso möchte ich meiner Bestrafung entgegensehnen und zühnen. Mein Gehänge und ich sind bereit, wenn ihr es ebenfalls seid. Ich werde euch, für eure Ehrlichkeit, nur eine leichte, leicht mittelschwere Brandverletzung zufügen. Ich werde es mit Stolz tragen. Auf... Ui... Ui... Ich muss gerade mal... Dürfen wir die Hosen jetzt wieder anziehen, werter schwarzer Ritter? Ja, zieht die Hosen wieder an. Okay. Ich fühl mich bereit. Diesem Rätsel auf die Spur zu hin und wir antworten von unseren Meistern, den schwarzen Retter, herauszufinden. Dann lasst uns vielleicht dorthin gehen, das war ich noch nie. Das ist noch weiter im Norden. Die Serie meinte ja im Norden. Hey, 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 hey. Ich wollte nichts wie ein Babar die Brücke nicht verwenden. Wart ihr schon einmal hier? Nein. Eure Herrlichkeit. Da hinten läuft jemand. Ihr müsst auf die kleinste Insel, oder? Ich weiß es nicht so genau. Es hieß Norden und... Irgendwas von einer Quelle. Das hier sieht halt schon echt verdächtig danach aus. Aber wo kriegen wir ein Boot her? Ist das nicht der Kerl, der blutroten Wein mag? Ist das nicht der Kerl, der blutroten Wein mag? Ich kann nicht nur auf den Weg gehen. Was ist denn der Kerl, der hier ist der Kerl, der hier ist der Kerl, der hier ist der Kerl. Nein, wo er rufen wollte. Doch hab ich mich erinnert, dass zum neunten Glockenschlag der Müller heiratet und dass er eingeladen wurde, und so mache ich mich gerade geschwind auf den Weg. Ja, ich denke, wir sollten uns auch geschwind auf den Weg machen. Ähm, ja. Als erstes sollten Sie sich dem Schwarzen Ritter vorstellen. Ich will jetzt... Ich will jetzt... Nicht wahr, guter Herr? Kann ich mich nicht erinnern. Oh doch, ihr hattet mich nach den Messern gefragt. Wir hatten uns am Ost-Tor getroffen. Ich glaube, es war vor drei oder vier Tagen. Ich erinnere mich. Ihr seht, ihr habt mich nach diesem Messer gefragt. Trinken Sie gerne Wein. Ja. Trinken Sie gerne Wein. Aber natürlich, ich habe auch fast immer etwas dabei. Zum Wohle. Gute Jagd noch. Ja, aber wir wissen doch jetzt, dass der Mörder der Ritter selbst ist, oder? Das heißt, er ist fein raus. Brauchen Sie sonst noch etwas von mir, die Herren? Kennen Sie eine Frau mit dem Namen Gisela? 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 Lass Sie mich kurz in mich gehen. Äh, das könnte äh... Nein, tatsächlich nicht. Gisela? 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 Das heißt mit Sicherheit. Dann habt ihr sehr viel Glück heute. Nun ja, das Haus Hasslinger ist bekannt dafür. Ein glückliches Händchen zu haben, ja. Ich bin im Übrigen der Maiodomus des Hauses, Louis Langstead mein Name. Herzlichen Glückwunsch. Wo habt ihr noch gleich euer Messer her? Oh, von der Hofschmiedin. Und das andere Messer, das hab ich mir tatsächlich vom Schmied machen lassen. Gut, ab dann. Wenn ich hier wär, würde ich schnell wieder zurück in die Stadt. Hier laufen komische Getier herum. Eine Frage hab ich noch. Was ist das hier für ein Ort? Ich habe keine Ahnung. Ich bin erst vor sieben Tagen angereist. Ich wundere mich, dass da oben ein Schiff steht. Es ist zwar köstlich dekoriert scheinbar, aber mehr weiß ich von diesem Ort hier tatsächlich nicht. Könnt ihr mir mehr darüber verraten? Ein mysteriöser dunkler Ort. Hier solltest du dich nicht rumtreiben. Mysteriöse dunkle Orte. Sie kennen mein Haus wohl schlecht. Nun denn, mein Herren, egal was Sie vorhaben, ich wünsch Ihnen noch viel Erfolg dabei. Gehaften Sie sich wohl. Hahaha. Und sein Name ist Jonathan Frakes. Aber es ist definitiv nicht, weil der Mord meiner Schwester viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte her ist. Aber was ist, wenn er auch so einer ist wie sie? Also er hat es nicht negativ gesehen. Was ist auch, wenn er verbannt worden ist? Wenn er vielleicht dafür verantwortlich ist, dass sie verbannt worden sind und er erkennt diesen Fluch. Wenn man das halt fluch vertiteln darf. Und Schwarze Ritter der Winzer nicht mehr leidigt. Alles klar. Das ist ein weiter Weg. Okay. Vielleicht ist er ein Vampir und lebt auch schon ein paar Jahrhunderte lang. Und... Verdammte Scheiße. Deine Muder. Bisschen schneller. Heia. 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 Kehren die Erinnerungen zu euch zurück? Ich habe das Gefühl... Die See... Ändert mich an etwas. Ich versuche, ob das Butter oben zu klettern. Dänemuda ist nicht die schnellste? Ja, das stimmt. Kann man hier runter tauchen? Na, unter Wasser stürmt man relativ schnell. Wenn ich eines gelernt habe, dann... Dass man nicht lange unter Wasser sein möchte in Rust. Hallo, ist hier jemand? Hallo, hallo. Im Namen des Schwarzen Ritters. Lebt Vergeltung noch? Ja, ja. Vergeltung geht's gut. Außer man hat noch eine Portion Löwen anscheinend. Ja. Hm. Hallo? Nun. Heißig. Aber was mit der Insel hier? Die sieht auch interessant aus. Vielleicht sollten wir wieder kommen, wenn es dunkler ist. Meistens erscheinen die Geister bei Nacht. Verstehe. Wenn sich damit jemand auskennt, dann ihr. Hier ist keiner. Komm wieder runter. Das mit dem Löwenalter weiß er gar nicht, oder? Ich habe gehört, dass... Doch, doch, doch. Jen hat mir... Nachdem ich sie... Nachdem ich... Nachdem ich Prinzessin Gwenyana... Gwenyana na? Äh... Gerettet habe. Was heißt gerettet? Naja, wir haben sie da zusammengebrochen am Ufer gefunden. Ähm... Nachdem ich aufgeholfen hatte, sagte sie mir, dass sie überzeugt davon sei, dass äh... Die Geister im Boden. Äh... Das Löwenanteil ihr das Leben gerettet hat. Nun, ganz unter uns. Es tut immer noch höllisch weh und das Reiten macht es nicht besser, aber... Wenn ich die Schmerzen für jemanden durchstehe, dann für euch eure Ritterlichkeit. Und für die Königin. Und für sie nicht. Und für sie nicht. Richtig. Und für die Schweinejagd. Und allgemein für Schweine, weil wir Schweine lieben. Gut, lasset uns zurück in die Stadt gehen. Vielleicht müssten wir oder ich noch einmal alleine später zurückgehen, wenn es dunkel ist und die Geister erscheinen. Natürlich. Sind wir umsonst rausgeritten? Wir müssen später wiederkehren. Okay. Ich könnte es tun. Ich könnte es tun. Ich könnte meine Eltern rächen. Nur einen Schuss mit dem Bogen entfernt. Oh ja. Du verfickter Bastard. Du bist schuld, dass sie tot sind. Ich hab den nicht verziehen. Oh! Nur ein innerer Monolog. Er hat meine Eltern getötet und... Ich dachte mir, dass die Rache nur einen Schuss entfernt läge. Aber das würde ich doch niemals tun. Nun. Spricht die Insel im Norden mal beim Ritter an? Wie geht es euch im Norden? Am Geschwall. Darf ich das oder ist das Power Gameplay? Wir haben doch alle ne Karte bekommen, storytechnisch, oder? Jawoll. Schwarzer Ritter. Jawoll. Sag mal. Mo. Ja. Haben wir alle... Wir haben doch alle eine Karte bekommen, oder? Alle Bewohner und Bewohnerinnen des Königreichs. Ja, vielleicht sollten wir außen rum reiten. An dem See vorbei und weiter in den Norden meinst du, oder? Ja. Nun, wenn ich mir die Karten angucke, die wir... Bewohnerinnen und Bewohnern des Königreichs verteilt bekamen zu Beginn unserer Anreise. Ja. Mhm. Da liegt noch eine Insel ganz im Norden. Meinst du, dass die vielleicht der Ort ist? Mhm. Von dem die Seherin sprach? Schwarzer Ritter. Vielleicht sollten wir noch weiter in den Norden reiten. Am See vorbei. Zeigt es mir. Los Schwabröl. Reite vor. Vor reiten? Also, laut der Karte, die ich... gerade g-g-g-g-g-g-gernst-doll an mich presse. Und in die ich mein Gesicht hineindrücke, dann ist er etwas... weit im Norden, für das wir ein Boot bräuchten. Oder vielleicht in den eisigen Bergen von Rust-Alot. Aber sprach die Seherin nicht von einer Wasserquelle oder dergleichen? Oder will ich mir das ein? Fleisch ist ein Rätsel. Eis gleich Wasser. Oder wir können einfach abends zurück. Fleisch hatte ich auch weniger trieb. Ich muss auch zurück bald zur Königin. Oh, das ist wirklich ganz im Norden. Haha. Gut gemacht, Schwabriel. Du hast den Weg des Rätsels gefunden. Oh. Der Norden ist sehr groß. Nun lasse ich uns zuerst zur Hochzeit gehen. Ich habe es versprochen. Lasset uns zuerst zur Hochzeit gehen. Ich habe es versprochen. Wo findet die denn statt? Ich brauche unbedingt Abgeld für das Pferd später. Junge, ich bin so langsam. Ich muss zur Hufschmiedin. Die kann mir doch bestimmt helfen. Das heißt, das Pferd ist nicht gut. Ich werde später mal bei der Hufschmiedin vorbeigucken. Ich glaube, dass dieses Pferd, das ich vorhin gekauft habe, alt und krank ist. Das ist blöd. Ist der Brunnen nicht eine Art Wasserquelle? Das könnte auch sein. Ich weiß nicht, wie weit wir uns entfernen sollen. Das hier wäre halt extrem weit weg. Aber die Landschaft wurde ja extra so gestaltet von den Spielleitern. Das muss ja einen Grund haben, warum es da hinten so eine große Insel gibt. Die Seherin nochmal fragen. Ich weiß nicht. Pferd füttern? Oh, ich fütter das schon. Aber das Füttern hält ungefähr zwei Minuten und dann hat es wieder Hunger. und ich kann nämlich alle zwei Minuten einen Kürbis reinballern, damit er... Ist die Hufschmiedin schon eingesperrt worden? Die ist öfter mal nackig rumgelaufen. Noch öfter als ich, glaube ich. Ja. Ja, ich fände doch zu sehr an. Ja. Was, was haltet ihr von tausend? Tausend Goldstücke? Geht das überhaupt? Ja, ja, ja. Also die, die... Huflady kann, glaube ich, tatsächlich neue Hufe drauf machen, die dann mit mehr Speed und so gesegnet sind. Sollte die Feier nicht erst zum 21. Glockenschlag stattfinden, so. Soll ich die Maske jetzt nicht abnehmen, weil wir wieder in der Stadt sind? Ich glaube schon. Meine Haare! Oh, da ist der Sohn vom Großbauern. Oh, ja, ich war auch schon kurz davor. Im Kerker des Königs war es nicht angenehm. Das tut mir sehr leid. Ich suche entweder Gitarra von Flatterberg oder Rastibald von Flatterberg. Oder den Mörder meines Vater. Habt ihr vielleicht Informationen zum Aufenthaltsort? Hm. Gitarra Flatterberg. Hm, nein, leider nicht. Aber ich halte die Augen offen. Versteht sich von selbst. Ihr solltet doch Ausschau nach einer Person namens Bekia halten. Ich verdächtige ja sie für den Tod eurer... Ja, 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 die Schwiegertochter eures Vaters. Glaube ich zumindest. Sie hat gesagt. Sie war es nicht. Genau das, was die wahrhaftige Mörderin Opa Blasiuses sagen würde. Aber wir können ihr derzeit nichts nachweisen, befürchte ich. Nun habt ihr vielleicht einen Punkt. Aber ich brauche hier nichts nachweisen. Oh! Das gefällt mir. Und kann diese auch vorbringen. Das gefällt mir. Verdient hätte sie es. Einen guten Tag, Herr Ritter. Nein. Aber ich kann mir Sachen merken. Ich meine... Keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich will nur Gerechtigkeit. Und eine Salbe. Und eine Salbe. Und meine Arsch. Mit einer Salbe kann ich nicht dienen, aber wenn ihr etwas zu essen oder zu trinken braucht, dann bin ich euer Mann. Oh, ich bin der Hausdiener derer von Klotterberg. Das bedeutet, ich habe mehrere Gelder, sich der Racken kann, mehr Else, als ich essen kann. Und mehrere Waffen. Oh, ich habe dich gar nicht erkannt. Oh, okay. Großartig. Oh, ich habe dich gar nicht erkannt. Großartig. Und eine Pakkel auf Kopf geschlagen, mit einer Pieke in den Hintern gepikst. Nun, wenn ihr sie seht, dann bitte sucht mich auch. Und wenn ihr... Ich bitte um, ähm... ...regelung der Problematik. ...schurkerei. Naja, also man redet ja aber von der Immunität der Post. Das werde ich. Dürfte ich nochmal um euren Namen bitten, guter Mann? Oh. Zähblatt. Zähblatt? 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 Zähblasius. 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 Ich habe verstanden. Zähblasius, der Pirat. Stimmt, das wäre auch gar nicht gut. Stimmt, wir sind in Überzahl. Ihr habt recht. Aber man muss doch irgendwas dagegen tun können. Verbleiben wir so, werte Pirat. Das, ähm, werden wir wohl tun. Wunderbar. Ja. Ja, wir haben eine... Weißt du, dass die Wochen werden heute noch aufgeklöpft? Sammeln dabei. Ich weiß gar nicht, was ihr meint. Meint ihr, es wäre eine schnellere Möglichkeit... Das ist die Notiz. Meint ihr, es wäre eine schnellere Möglichkeit, wenn ich die Wachen in einem Zweikampf herausfordere und, äh, einen Champion wie den Schwarzen Ritter hole? Das macht das Unterfangen schwieriger. Hallo? Ja. Ich, äh, ich würde gern etwas, äh, zu essen haben. Ist das der Schweinebot? Ja. Ich soll euch grüßen von eurer Schwester. Oh, vielen Dank. Ich hoffe, es geht ihr gut am Hofe. Ich bin zurück. Ich bin in dem fanatischen Kitchen. So. Ja. Bisher haben sie sich nicht getraut. Oh doch, naja, bis auf das Umzingeln vorhin. Aber seitdem haben sie sich nicht getraut. Der Schwarze Ritter war auch ständig in meiner Nähe. Das ist wahrscheinlich abschreckend. Eure Schwester und der König ist unbescheid. Und sie werden in Aktion treten. Wollt mich gern. Werden sie? Oh. Das ist großartig. Ist doch gut, eine vom Volke im Königshaus zu haben. Ja. Ja. Ja, davon habe ich mit. Verbindungen sind alles. Auf jeden Fall. Ich darf sogar ein Buch tragen. Wegen der Schweinehörigen. Sagt mir Bescheid. Natürlich. Ein gar schecker Buch. Wenn ihr zurückgekehrt seid und ihr nicht den Tod gefunden habt. In der Tat. Es wird scheinbar ein wenig für Ordnungsbesorgen. Schweinebauer, was ist aus dem Rennen geworden? Ihr ertragte. Ja, das ist für die Stadt nicht. Die Pferde tagen nicht. Die ist krank nicht. Die Krankheit greift schon wieder um sich. Schrecklich. Ja, sie ist vom Alkohol besoffen nicht. Vermaledeit. Ich will aber den Posten jemand anderem übertragen. Boah. Boah. Und jetzt, äh, ja. Irgendjemand überwacht, äh, E-Core-Tippen. Der hat sich irgendwie, äh, eine Weile hingelegt, nicht? Und passt, äh, passt drauf auf, nicht? Oh, 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 oh. Gertrude ist irgendwo im Sumpf und, äh, hat anscheinend sich zum Klöchel verstaunt, nicht? Ich bin wichtig, äh, während der Zeremonie. Hallo, wichtig, nicht? Auch das bin ich zwar zu und schrie, die Königin sei eine Hexe. Nur, das war wichtig. Ja, das hat er doch gesagt, nicht? Ich bin ja am überlegen, ob ich ein, eine Agentur aufmachen soll, wo Leute auf Informationen fragen können. Irgendjemand macht mir das doch Spaß, das Ort, das Dorf zu sagen. Und was ist, wenn ich einfach... Was ist, wenn ich einfach den hier mache? Sie wollten es mir abschneiden, die Schneiderin. Zum Glück hat sie nur den Mittelfinger geniegt. Ich bringe nur die Nachricht von den schwarzen Ritern. Ja, ja, ja. Aber... Es ist Mo, Alter. Es ist doch so, dass... dass die Kirche nach mir sucht und... wenn ich jetzt nach Hause gehe und... mein Werkzeug für die Schweinejagd ablege, dann wäre ich vielleicht ein einfaches Ziel, meint ihr nicht? Ja. Wer ruft mich? Ah, du hast ein gutes Idee, aber dann solltest du nicht alleine dich dagegen laufen. Der schwarzen Ritter ist dein Schütz. Aber auf jeden Fall, ich muss mal kurz auf den Donner walten. Es hat alles funktioniert. Ja, das gleiche. Ja, bevor es zu spät ist. Ins Pferd rein? Oh ja, wir können alles ins Pferd stopfen. Wir müssen sofort zu... Dingsbums. Deine Muda. Okay. So, das ist gut, ja. Ja, bitte. Seid gegrüßt. Grüßt euch. Haha, ich habe die Maske abgelegt. Ich war's. Schwabriel, Schwager des Königs. Das... Das wusste ich bereits. Ich habe euch schon mal ohne Maske gesehen und dann habt ihr sie aufgesetzt. Bei... Da wart ihr mit dem schwarzen Ritter unterwegs. Äh... Was kann ich für euch tun? Welche Überraschung das für euch gewesen sein muss. Ha! Gar herrlich! Ja. Ich hatte nicht damit gerechnet. Also, was kann ich für euch tun? Oh, ich weiß, es ist vielleicht eine... Frage, die man an einem Ort wie diese nicht vermuten würde. Doch ich bin auf der Suche nach der Hofschmiedin. War sie zufällig hier als Kundin? Äh... Ich habe sie in letzter Zeit nicht gesehen. Tut mir leid. Ich verstehe. Ganz schön leer hier drin. Ja, das ist richtig. Läuft das Geschäft nicht mehr allzu gut? Äh, doch. Es läuft eigentlich sehr gut, aber... Das sind immer so Schichten, in denen Leute hier reinkommen. Ich kann euch garantieren, an Münzen fehlt es uns nicht. Auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht. Das will ich doch hoffen. Für den Fall, dass dies nur leere Worte sind und es schlecht um eure finanzielle Sicherheit steht, so scheut euch nicht, an mich heranzutreten. Jetzt, wo ich Schwage des Königs bin. Das ist, äh... Überraschend freundlich von euch. Vielen Dank. Selbstredend. Gehabt euch wohl, guter Mann. Woher kommen diese ganzen Eier? Ja, gehabt euch wohl. Schön siehst du aus. Hallo Nia. Danke für die 45 Monate. Danke für den Support. Hallihallo. Moin moin. Was gibt's denn hier so für Aushängen? Angebote und Aufträge. Umzug neuer Wohnung. Nee. Hofkundist. Nee. Beantragung von Gewerbe. Nee. Leere Rahmenvolle Taschen. Nee. Königliche Audienzen. Nee. Die Hochzeit findet gleich statt. Chat, wo... Ah, Kirche. Kirche, Kirche, Kirche. Was meinst du, ob dieses Keksmädchen nochmal auftaucht? Das Keksmädchen. Hochzeit in der Kirche. In wenigen Minuten. Beilen wir uns. Die Kirche ist... Das da. In einer Minute? Ja. Wir sind auf dem Weg. Die Vermählung. Hm. 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 Kirche. Rote Haare. Hat sich bisher nicht so gut vertragen. Aber der Schwarze Ritter ist hier. Das heißt, ich bin sicher. Seid gegrüßt, Hühnerbauer. Guten Morgen. Guten Morgen. Seid ihr auch grüßt? Großbauer. Seid ihr überhaupt noch großbauer? Ah. Vorhin war ich's kurz nicht. Weil ich Angst um mein Leben hatte. Aber jetzt bin ich's wieder. Jupp. Wie viel Gold habt ihr eigentlich? Wem gehört dieses Pferd? Der Großbauer ist der, der am reichsten ist. Könnte mir dieses Pferd vom Kircheneingang entfernt werden? Im Namen des Heiligen Longshain. Dankeschön. Das ist ein Stadtwachenpferd. Wieso ist das denn da? Ab mit dir. Ähm. Kurze Frage. Hattest du für die Hochzeit schon ein Ticket gekauft? Und das geklärt? Ticket? Bescheistern die Leute? Kraka, danke für die 30 Monate. Ich hab jetzt ein Ticket geklärt. Aber da... Also alles schwierig. Nur dass ihr's weißt. Ich setz mich einfach rein. Von keinem auffallen. Ich werde solchen. Keine Ahnung wie Toro wird das... Ich bin erstmal drin. Ich wurde persönlich eingeladen. Braucht man ein Ticket? Ich auch. Aha. Das wird schon in Ordnung gehen. Oh Gott, aber was... Ah! Oh! Hallo, Entschuldigung. Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Hallo, Entschuldigung. Zwei, drei sieht gut aus. Weit genug vorne um alles mitzuhören, Aber nicht so weit von, dass wir auffallen. Ist der Platz noch frei, gnädigste? Natürlich, Großbron, Schraubrin. Ich habe das Messer des schwarzen Rittes, falls sie einen angegriffen werden. Ich beschütze sie. Oh, das ist gut. Meines befindet sich, ihr wisst schon wo. Natürlich, natürlich. Ist die Pferdefrau zu Hause? Vielleicht ist sie gar nicht online. Ich weiß es nicht. Als ich vorhin an ihrem Haus vorbeigeritten bin, war zu. I don't know. Saint Zero? Ich glaube, für die 17 Monate. Hi, moin moin. Oh, eure Mäßlichkeiten. Auf mich, ja. Au, au, au. Tut mir leid, liebe Lise. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wäre es möglich, noch einfach weiter zu tun, dass mein werter Freund nicht bleibt. Natürlich. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Macht Platz für den König. Oh, ein Hoch auf den König. Ein Hoch auf den König. Ein Hoch auf meine Schwester. Ein Hoch auf die Königin, den Königin. Zum Große. Zum Große. Ich kann den Großen, ich will nicht sein. Die Großen. Ja, den Großen. Ich bin nicht sicher, ob wir hier noch nicht gut sind. Das ist schon in Ordnung. Ich hoffe, die Wirkung der Pilze. Natürlich nicht. Euer Majestät, wenn ihr wünscht, will ich auch auf diesem Platz setzen. Sollte ich meine auch eben holen gehen? Hervorragende Idee. Bin gleich wieder da. Und er steht euch gar vorzüglich. Ich habe die Erlaubnis des Schwarzen Ritters, Jack. Hoffentlich kidnert mich niemand, während ich meine Waffen hole. Das wäre echt schlecht. Das wäre echt gar nicht gut. Hoffentlich kommt niemand und tut mir weh. Das wäre nicht gut. Das wäre gar nicht gut. Alles Gute. Ich habe meine letzten Anzahl Korkau zu geben. Sprech lieber mit mich. Ich war gerade kurzen Gedanken abwesend. Verzeih. Nehmt gerne noch alle Platz, die gerade noch in diese heiligen Hallen kommen. Ich freue mich, dass wir gleich wieder eine Hochzeit feiern dürfen. Hört, hört. Apropos hört, kann man mich gut in der ganzen Kirche hören. Ja. Naja. Ja, meine Ohren sind fantastisch. Bitte nehmen Sie noch alle Platz. Die Feierlichkeit geht gleich vorwärts. Endlich wieder eine Hochzeit. Ich habe schon zur Wache keine mehr besucht. Guckt ihr sich gerade unsere Waffen an? Wieso muss ich neben Soldaten sitzen? Oh, die beschweren sich nicht. Was ist geschehen? Er wollte mich mit Liebe beschenken. Du kannst mich mit Liebe beschenken, wenn sie mich beschenken. Verzeiht, fahrt fort. Nun gut. Nachdem jetzt alle ihre Plätze gefunden haben, sind wir glaube ich soweit, um mit den Feierlichkeiten für diese Hochzeit zu beginnen. Es darf gerne die Braut vorbereitet werden, dass sie hineinschreiten mag in diese heiligen Hallen. Ja, ist es. Wow. So möge die Braut den Schal betreten. Seid gegrüßt. Tja, gekonnt ist gekonnt. Wer erratet jetzt? Der Müller und die Frau in grün, oder? So schaut den feierlichen Einzug der Braut, die gerade kommt. Das scheint mir erst an jeder Sack hergestellt. Die Braut. Wundersehen. Applaus für die Braut. Sie trägt auch sein wunderschönes Kleid. Absolut. Ich glaube, da ist der Stoff ausgegangen worden. Stellt euch vor mich hin, sodass ihr beide neben mir stehen würdet. Lieber Torobet, hiermit übergebe ich mich meiner Enkelin. Nehme eure Enkelin, sofern übergebt erweise an. Ja. Fantastisch, fantastisch. Wir unterbrechen diese Trauung für eine kleine Werbeunterbrechung. Die Heilige Raute vergibt heute vier Wildkarten für die Heilige Raute. Sollte irgendjemand sich der Heiligen Raute anschließen wollen, vor oder nach dieser Trauung, so nehmt einfach diese Trauung. Oh Gott, bewahre. Der Opa missbraucht wieder Alkohol. Verreda. Oh, voll vor Angebot. Ja, die Großzügigkeit der Heiligen Raute zeigt mal wieder, welche Möglichkeiten es gibt. Wir sind allerdings heute hier zusammengekommen, um Torobert, Rotzenklotz, den Müller des Ortes und Fiona von Mondstein, deren Berufung so besonders ist, dass man sie nicht in Worte fassen kann, hier zusammenzubringen. Ich darf auch vorher noch verkünden, dass nach der Trauung eine Feier in der Taverne stattfinden wird und dass während der Trauung Liebesdüfte bereitgestellt werden, um alle gut zu versorgen. Die beiden zukünftigen Vermehlten haben sich beim gemeinsamen Kneten näher gekommen. Des Teiges natürlich, des Teiges selbstverständlich. Vortrefflich waren beide im Beschäuben des Mehles und es wurde eine Liebe gebacken, die für alle Zeit köstlich schmecken möge. Aus zwei Teilen werden heute hier ein gemeinsamer Leib geformt, der treu unter den Augen des Heiligen Longshen wandeln möge. Gibt es Reden, die vorbereitet wurden, bevor ich eine Predigt halten möchte? Menschen, die etwas sagen möchten und vorsprechen möchten. Netter Meister vielleicht. Kommt nach vorne, kommt nach vorne. Sehr gerne. Kommt hier oben her und sprecht zur Kirche. Ja, der Meister, der ist so toll. Doch, oh, ja. Ich dachte gerade, nein, vielleicht hätten wir auch eine Karte vorbereiten. Wertes Brautpaar und, äh, werte Anwesende, ich bin froh, am heutigen Tag hier oben stehen zu dürfen, denn endlich hat unser Müller was gebacken gekriegt. Könnt ihr mit dem vielleicht noch kurz erklären? Gebacken, weil er Müller ist, versteht ihr? Möge der in der heutigen Nacht eventuell seinen Mehlwurm an die Tränke führen. Krieg Wurm und Mehl haben. Sicher seid ihr, dass Backwaren vorher mal Teigwaren nicht wahr? Teigwaren. Deswegen die, ich hoffe, dass der Bräutigang der Braut heute Nacht nicht auf den Keks geht. die Körner auf dem Brot, die sitzen ja, weil, die sitzen ja im gleichen Brot, ne? in den selben und so. Erste Lüter, die können so heben. Wächst ihr, warum auch Rosinen heben tragen? Der hebste Meter. Weil die in den selben Stollen müssen. Zur Vermählung wünsche ich euch alle bemehleidenswerten Anwesenden alles Gute und möge das Brautpaar lange leben und jada jada und sowas. Möge es neu verbacken werden. Möge es neu verbacken werden. Jubel! Eine Wahnsinnsrede! Eine treffende Rede habe ich nie gehört. Fantastisch. Gibt es noch eine andere Rede, die gehalten werden möchte, zu diesem treffenden Anlass? Ich würde auch noch noch warten gerne. Dann trete ich mich jetzt endlich auf, Herr Mehl. Ja, liebe, äh, liebe Bewohner von Rust-A-Lot, ich habe keine lange Rede vorbereitet, wie der Meister, aber ich kann sagen... Nun macht das doch aus! Was, was war das denn? Was war denn das? Hexerei! Ein Singvogel, es war bestimmt ein Singvogel! Die Raute ist schon wieder... Ruhe! Lasset die Zeremonie voranschreiten! Höhret dieser Frau zu! Die Liebe vollendet sich immer in der Treue. Und, ähm, es heißt nicht umsonst, ähm, roter Pannenbaum, wie treu sind deine Blätter! Und, äh, ich wollte das denn? Ich wollte noch einmal betonen, dass Treue, Treue, das Wichtigste in einer Ehe ist! Genau, das wollte ich betonen, ähm, und ich wünsche euch, dass ihr euch ewig treu seid! Ja, das war's! Oh, habt ihr? Dann, wir werden unsere Meersekte immer nur einzeln bestellen! Treue ist nicht so wichtig! Ganz genau! Fantastisch! Fantastisch! Nun gut, äh, wenn es keine weiteren, äh, Reden mehr gibt, dann würde ich noch etwas... mit euch besprechen wollen. Stellen wir uns vor, dass der heilige Longshen ein Wunder vollbringt und aus einem einfachen Mürbeteig etwas gar Unglaubliches erschafft. Etwas, was grümelt und zuckersüß ist, doch gleichzeitig auch laufen kann und einen eigenen Verstand hat. Doch gilt folgende existenzielle Frage zu klären. Wenn es wirklich solch ein Kekswesen geben würde, hat dies uns dann der heilige Longshen gesandt, dass wir alle nie wieder Hunger leiden mögen, oder hat er es uns gesandt, sodass dieses Wesen unter uns weile und eine Seele besitzt, die wir achten sollten. So soll sich jeder von uns selbst heute fragen, bin ich gar an mich selbst glaubend und an meine Sättigung des eigenen Hungers, oder bin ich offenherzig für neue Wesen in Rust-A-Lot? Denkt über diese mit Zuckerguss übergossenen Worte nach, während wir nun um die beiden hier nachdenken werden, denn nun geht es Fiona von Bohnstein und um Torobert Rotzenplotz. Habt ihr beide etwas vorbereitet, was ihr einander vortragen möchtet? Ja. Ja? 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 So nicht? Ja. Ich so. Na klar. Nun, ähm, äh, 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 äh. Ich habe mir erlaubt, deine Klampe, deine Flaute, die Flaute zu spielen und ein exklusives Lied nur für dich und auch für alle Ansehenden hier zu spielen. Zu diesen anderen. Oh, Torobert. Natürlich wird mir die heilige Raute mit ihren Strommeln beistehen Soll ich denn mit? Im Hintergrund. Und dann, gar keine lange Rede. Kurz vor Sinn. Ich fang an. Ich bin aufgeregt. Ich brauche noch einen. Amendment bewaffnet ist, der es vielleicht auf die Königin abgesehen hat oder was? Ein Mann mit Bogen, sehr gefährlich. Letztere, könnte unsere Schwester wissen. Oh, ein wirklicher Anschlag Gut gemacht, Esmeralda Es ist Moalda Ganz einfach Es ist Moalda Es ist Moalda Es ist Moalda Es ist Moalda Fiona, du bist so wunderschön Ich glaub es kaum Mein Sack ist leer Du füllst sie wieder auf Ich bin der Börder von Rasselor Und ich geb dich auf Hey, steck die Finger rein Steck die Finger rein Du bist heute hier An Erdensack Oho Und die Gäste, die sind auch schon alle da Wir müssen nochmal zur Demo, den wir bereits aufgesucht haben Ich werd heut vermählt Was fühl ich so? Oho, steck die Finger rein Steck die Finger rein Steck die Finger rein Hier sind das Lied, die habe ich gesagt Trägt mich um Noch mehr Noch viel mehr Richtig Die Königfamilie ist auch da Ja, was soll ich? Die Frage ist, brauchst du unsere Hilfe, Schwarze, bitte? Natürlich begleiten wir dich Die ganze Burg, Stadtwachen sind hier Um unsere Schwester zu beschützen Ich weiß nicht Der Schwarze Ritter sollte entscheiden Der Schwarze Ritter sollte entscheiden Hey, es geht doch besser Wollt ihr? Der Musik lauschen nach heute in der Folge Ich komm mit Wir sind dabei Und wir stecken die Finger rein Oho, stecken die Finger rein Stecken die mich rein Stecken die mich rein Wir treffen uns beim Großbauerhaus, ich muss den Bogen holen Ja Hm Angenommen ich Verwechsel mein Pferd Wäre das sehr schlimm Wer der Ritter Hier stehen so viele schwarze Pferde Angenommen ich würde mein altes, halb sterbendes Pferd Mit dem Pferd eines anderen verwechseln Das passiert schon mal, nicht wahr? Ich habe nichts gesehen, ich schaue demonstrativ weg Wir sind bereit Meine Waffen Oh fuck Chat, das ist jetzt ein bisschen Powergaming, dass ihr mich daran erinnert habt Aber Ich erlaube es Ich glaube das ist ein wichtiges Pferd, weil es so gut und schnell ist Wo es noch bleibt, dass Großbauerhaus vor eurem Bruder ist Oder ein Bruder Ich weiß wo es ist, ja Bleitet vor Nach Süden Und von hier aus nach Norden Ich verwechsel das immer, Bro Ist Moor, Alter Bist du da? Ja Ich bin froh, Alter Ich bin froh, Alter Ich bin froh, Alter Tja, ich dachte, er wollte hier sein. Vielleicht war er schneller als wir dachten. Vielleicht sucht er gerade auf dem Marktplatz nach uns. Bleibt hier, hier. Verzeiht, dieses Pferd ist wesentlich wilder als, ich meine, ich bleibe hier, wie ihr es wünscht. Du kleiner, du fragst sie vielleicht, warum ich auf dir sitze und nicht dein eigentlicher Besitzer. Das Ganze ist einfach nur eine schreckliche Verwechslung. Aber ich habe noch einen ganzen Kürbis für dich. Also für Essen ist auf jeden Fall gesorgt. Mach dir keine Sorgen. Gutes Pferd, gutes Pferd. Ja, seht ihr? Das hat bei der Hufschmiedin so einen Buff bekommen. Wodurch es 9 kmh schneller ist. Ich weiß nicht, ob es dadurch auch bessere Ausdauer hat oder ob das... Er war gerade noch hinter mir. Oh. Ha, typisch schwarzer Ritter. Ihr reitet so geschwind. Da können wir Knappen doch kaum mithalten. Jetzt schon wieder... Irgendjemand hat meinen Gaul geklaut. Äh, meinen Gaul geklaut. Jetzt habe ich den Gaul nochmal gemacht. Einmal zum Wasser. Ja, wo? Jetzt, wenn die Sonne tief steht. Wieso wir fehlen, mein Lord? Es ist schon okay, dass ihr dein Gaul... Das ist schon okay, dass ihr dein Gaul geklaut wurde. Bei mir gab es auch eine Verwechslung. Aber wir werden die Antworten finden, die wir suchen. Ja, wir werden nicht eher ruhen, bis wir die Antworten haben, nach denen wir suchen. Im Namen unseres Meisters, dem Schwarzen Ritter. Vielleicht sind sie in einem Tempel versteckt. Für den Schwarzen Ritter würde ich auch in einen Tempel steigen. Ich würde sogar in einen Vulkan steigen für den Schwarzen Ritter. Allerdings. Dann könnte ich mir auch noch das andere Ei verbrennen. Aua. Wie geht es euren Hoden? Aua. Er ist so stark und gleichzeitig so empathisch. Er kümmert sich um uns. Unseren Hoden geht es gut, mein Lord. Davon ist er in einem Boot. Schwarzer Ritter, zu eurer Linken. Ich glaube, da liegt jemand an. Aua. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Du hast dich zu schnell bewegt. Was soll ich tun? Hast du mich angegriffen? Mein Fehler. Ja, mein Fehler. Alles ist blutig. Ich kann kaum was sehen. Ich dachte, wir werden beschossen. Was tust du? Du warst nicht bereit, den Kampf zu führen. Jetzt bist du wach. Nimm diesen Kürbis. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Ich liebe mich. Wir lieben Sie auch, Schwarzer Ritter. Oh? Okay, lasst uns schauen, ob jemand ist. Mach das doch ein, Gott. Ich schneide den Finger ab. Okay. Au. Oh, das ist ein Fährmann. Ich habe mich auch erschrocken. Ich dachte, die Kirche hinterher bin ich tot. Ja, Grüße. Die Seherin meinte. Im Norden. Finde ich meine Antworten. Steigt ein. Oh, oh. Boote sind gefährlich. Ganz vorne. Nee, der ist auf dem Platz. Okay. Dankeschön. Wer hat euch geschickt? Eine fremde Macht hat mich geschickt. Die Beauftragte nicht ist immer, wenn ich ihn mal holen soll hier. Wer da auf den Knien... ...auf den Knien ist und nach vorne guckt. Oh. Solltet ihr beide auf dem Weg sterben. Auf dem Weg, die Wahrheit zu finden. So werde ich euch zurückholen. Wir vertrauen voll und ganz in sie. Schwarzer Ritter. Wir sind für sie da. Genauso wie für die Königin. Seit ihr uns zu euren Knappen schlugelt, liegt unser Leben in euren Händen. Wer trifft sich denn da an den Felswänden? Das war ein Versuch wert. Vielleicht ist das der letzte Sonntagang, den wir gemeinsam erblicken werden. Dann war es mir eine Ehre, ihn mit Ihnen zu erleben, schwarzer Ritter, mein Lord. Wir haben keine Sekunde bereut. Eure Ungeheuerlichkeit. Da vorne ist die Insel im Norden. Guck mal, es ist tatsächlich das Ding hier oben. Wir hätten ein Boot gebraucht, zwangsläufig. Wir hätten an dem Königshaus nachgucken können. Die Soldaten hatten ja auch ein Boot. Aber ich weiß nicht, ob das da immer lagert oder ob das zwischendurch woanders hingekarrt wird. Keine Ahnung. Werdet ihr uns auch wieder zurücknehmen, wenn wir die Informationen gefunden haben, die wir brauchen? Vor der Wort Auftrag, so lange zu warten, bis ihr erlebt habt, was ihr erlebt habt. Spina, danke für die drei Monate. Hey, vielen Dank für den Resub. Kerl gemeinte gerade, ihr braucht euch in der nächsten Staffel unbedingt wieder als Knappen. Es wäre mir eine Ehre. Abtank gefördert worden. Ich werde hier... Abtank! Warnt ihr schon einmal hier? Noch nie, Sir. Nein, noch nicht. Noch nie? Das hat mir das Schicksal an diesen Ort geführt. Können Sie sich an diesen Ort erinnern, schwarzer Rettator? Das Wasser hier scheint nicht gesund zu sein. Das ist nicht schlimm. Ich bin auch ein bisschen... Solange du auffassst, dass du mir nicht wieder in den Rücken schneidest, wird alles gut. Dann zuck nicht so. Ich hab nicht gezuckt. Oh mein Gott, ein Wasserfall. Verbindet sich dahinter... Ich glaube, ein Geist hat vor ihm besitzt. Oh. Offensichtlich verriert. Waren Sie hier schon mal? Ein Pfeil. Was? Pfeil? Ich erinnere mich. Glaube ich. Warte, dieser Ort ist an Jahrhunderttausend alt. Hier finden wir ne Menge Gold, das wir mitnehmen können, schätze. Nein. Magie liegt in der Luft. Oh. Kann sie riechen? Ich spür sie sogar. Sie zieht mich in die Lüfte. Magie müssen wir auf die andere Seite. Wer war da? Schwarzer Ritter, Moment. Auf ein Wort. Ich glaube, ich erblicke da etwas, inmitten des Wasserfalls. Seht ihr das? Sieht aus wie eine Flamme. Hinter dem Wasser. Wie kommen wir da hin? Dieser Weg ist steinig und schwer. Ich glaube, sein Kopf guckt noch raus. Okay. Wie ist das hier so hart? Warum klettern wir denn drauf rum? Oh. Ist der Immun gegen die schwarze Magie, die in der Luft liegt? Wie hat er das gemacht? Wolkenhür. Gute Arbeit, Bruder. Der Schwarzer Ritter kennt den Weg. F. F. Ein geheimer Gang hinter dem Wasserfall. Wer hat es erwartet? Guck. Schwester, bist du es. Schwester, bist du es. Ich bin bei dir. Nicht auch mir. Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Wo? Wieso? Was ist passiert? Warum bin ich in dieser Welt? Was ist mit dir passiert? Weißt du, es ist nicht so. Oh, Jens-Sanus, du wachst es nicht. Jens-Sanus. Das war mein Name. Erinner mich. Erinnerst du dich nicht. Nein. Ich. Was ist nur mit dir passiert? Was ist mit dir geschehen? Viele Schlachten, viel Tod und Leid, viel, ich habe so viele, so viele, so viele Leben genommen. Ich dachte, da muss er die Fackel nicht halten, hat die gestört. Sorry, okay, danke, Isabel. Ich, ich erinnere mich. Es war, es ist so lange her, es ist lange her, aber ein Faden schlug, es ist nicht alles von neuem Haus, wie immer, was passiert ist. Habe ich euch das angetan? Glaube nicht, dass du es wolltest. Sorge nicht, dass du es gemacht hast. Barfuß mit schmutzigen Füßen nach der Treppe. Und dann der plötzliche Sturz, der Fall. Ich hatte solche Angst, Jens Ardus. Ich hatte solche Angst, aber warum? Es hat etwas von mir Besitz ergriffen. Ich, ich erinnere mich. Und willst du, willst du, willst du, willst du sein? Oder willst du das bleiben, was du bist? Es tut mir leid, Schwester. Es tut mir leid, Schwester. Es tut mir leid, dass ich dich genommen habe aus dieser Welt. Ich weiß, und ich habe mir solche Sorgen auf dich gemacht. Du ganz allein. Und ich hatte Recht. Das sehe ich nur an. Ich werde ab sofort die beschützen, die ich nicht beschützen konnte. Ich werde für das Gute einstehen, um euren Namen, meinen Namen wieder reinzuwaschen. Schwester? 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 Geht nicht? Vielleicht, vielleicht kann ich das auch nicht weiterziehen, wenn ich mir nicht länger machen muss. Mache dir keine Sorgen mehr um mich. Lass mich einmal dein Gesicht sehen. Ihre Seele wird in dieser Welt festgehalten. Ich würde es ja schon gerne sehen. Du willst auch sehen. Ich schütze dich an. Da sehe ich nicht das Gleiche passiert wie dir. Ich schütze dich an. Das ist ja auch so. Ich werde alles dafür tun, Schwester. Deine Stimme, ich hatte sie vermisst. Oh, Jensanne, danke, danke, dass du mir Hoffnungsgut gegeben hast. Es wird alles warm. Diese Welt wird zu einem sanften Licht. Ich, kaum kann ich dich noch sehen, aber leb wohl, leb wohl und lebe ein gutes Leben, ja, für mich. Ich verspreche es dir, Schwester. Ich, ich verspreche es dir. Leb wohl. So lasse den unschuldigen Herrn helfen. Was ist unser Geheimnis, ja? Ich bitte darum. Ah! Okay. Willst du uns noch irgendwas sagen? Ich lasse das Schwert hier, mit dem alles passiert ist. Das Schwert ist jetzt aber nicht verflucht und der nächste, der das nimmt, wird jetzt nicht verflucht und wird dann auch zum schwarzen Ritter. Das wird mich auch interessiert. Von voller Hass und Blutrünstigkeit überzogen. Also wenn ich das nehme, passiert nichts. Lass es mich dann. Okay. Ich will auch gar nicht blutrünstig werden und irgendein dunkler Kräger. So lass es gehen. Schaut das Schwert nicht so an. Es spricht zu mir. Ich höre seine Stimme in meinem Kopf. Oh, au! Okay, ist besser. Geht wieder. Ich meine, komm, wir müssen den Respekt des schwarzen Ritters akzeptieren. Meine Rede. Es ist Zeit, den Unschuldigen beizustehen. Wir begleiten euch bis ans Ende, mein Lord. Bitte sehr, schwarzer Arn. Äh, schwarzer Ritter. Das ist halt noch doller gezwiebelt als dein Angriff. Ein Winterhund, ich bin tot. Willst du dich jetzt besser, schwarzer Ritter? Willst du dich erleichtern? Hast du die Antworten gefunden, die du gesucht hast? Ich fühle mich kräftiger. Okay. Ich fühle mich stärker. Oh, ich glaube, ich habe mein Goldtaler-Sächschen in der Höhle vergessen. Don't do it. Ach, du hast es mitgenommen. Danke. Ach so. Hat er wirklich was da hingepflanzt? Hat er extra was aus der Tasche verloren, um den Grundsaum zurückzugehen? Ist mir gar nicht aufgefallen, aber dem Ritter. Solltet ihr beiden irgendjemand davon erzählen, werde ich eure beiden Hoden nehmen und diese in eurem Mund stecken und diese dann euch bauen lassen. Ich werde nicht mal der Königin was davon erzählen, okay? Unsere Lippen sind versiegelt. Nun sind wir Beschützer dieses Schwertes und der Schützer der Königin. Ich bin was Besonderes. Unser Leben hat endlich einen Sinn. Wir müssen jetzt eure Schwester beschützen. Natürlich. Aber das Gefühl, die Raut hat etwas vor. Danke, dass ihr gewartet habt. Wir haben die Antworten gefunden, nach denen wir gesucht haben. Über Jahrhunderte. Ja, aber wir können euch nichts darüber erzählen. Wenn ich sie wieder zurückkriege, dass ich sie abgeholt habe. Ihr stellt lieber keine neugierigen Fragen. Genau. Die Kraft beströmt mich. Je näher ich ans Festland komme. Ich spüre die Luft endlich durch meine Hadern fließen. Wird er wieder so ein bisschen lebendiger, aber dann wird er bestimmt noch angreifbarer. Ihre Augen sind jetzt auch viel glänzender, noch strahlender. Eure schwarzhaftige Ritterigkeit. Dumm und dümmer einfach. Die Seilbahn sieht auch cool aus, ja. Dieses... Die Soldaten und ich wollten damit zum Schloss zurückkehren, nachdem sie sich dagegen entschlossen hatten, mich umzubringen. Aber ich glaube, das ganze Ding war geschlossen. Die Seilrutsche hätte ich gern benutzt. Afro-Dinite, danke für 43 Monate, einen wunderschönen guten Abend. Hallihallo, danke, danke. Hab dank, ihr beide. Ihr seid zu wahrlichen Freunden geworden an meiner Seite. Das werde ich euch nicht vergessen. Wir sind eure Worte nicht würdig, edler schwarzer Ritter. Trotzdem habt vielen Dank. Wir stehen immer an eurer Seite. Und schau niemals hinter dem Wasserfall nach. Niemals! So lasst es gehen, die Pferde haben alles voll geschissen. Auf in die Stadt. Auf, auf! Hoffentlich lebt Doni noch. Bestimmt, die Königs-Soldaten, die Königin, die sind ja gut geschützt. Die königlichen Soldaten und Co., die ganzen Stadtwachen. Aber ich muss unbedingt noch was essen, um meine HP zu generieren. Wir sind nur auf 61 von 100 HP. Ich hab ein paar Mal auf die Schnauze gekriegt. Einmal von Moe und einmal vom schwarzen Ritter. Das eine war gerechtfertigt, das andere nicht. Ich hab ein paar Mal auf die Schnauze gekriegt. Einmal von Moe und einem Haus. Und ich hab ein paar Mal auf die Schnauze gekriegt. Ziemals! Ich hab ein paar Mal auf den Schnauze gekriegt. Und ich hab ein paar Mal auf die Schnauze gekriegt. Wie fühlt ihr euch? Ausgezeichnet. Stark. Bereit, um die Königin zu beschützen? Die Frage ist nur, machen wir das so? Oder soll ich in meine andere Verkleidung schlüpfen? Es Moalda. Ich glaube, wir könnten einen Spion bei der Königin als Es Moalda sehr gut brauchen. Selbstverständlich, schwarzer Ritter. Ich werde nun die Königin aufsuchen. Bis bald. Hat der gerade wirklich gemacht? Jopp. Nun gut. Ich fühle mich befreit. Wollt ihr euer Pferd zurückgeben oder wollen wir einfach ihm erzählen, dass es euer Pferd wird? Oh, solange der Besitzer nicht auf mich zukommt und mich über die Verwechslung unterrichtet, ist das hier mein Pferd? Hihi. Natürlich. Ist er schon... Ist er schon losgelaufen? Oder ist er noch drin und zieht sich um? Ich hätte ihn mitgenommen. Mo, bist du noch hier? Es Moalda, bist du hier? Ich wollte dich mitnehmen. Hm. Hm. Okay. Wartet. Chat. Wir gehen ganz kurz in die Kneipe, weil es da Fleisch gibt. Da kann ich mich voll mampfen. Bin geheilt. Wurde ich verfolgt? Warum ist die Tür von allein zugegangen? Kruppel. Ja, sehr gut. Oh, das ist so gut, dass wir hier so viel Essen haben. Eat. Hm. Eat. Hm. Eat. Hm. Eat. Alright. Das passt erst mal. Was mit Mo's Pferd? Das wurde geklaut. So. Ich glaube, wir wollen in die Stadt. Und die Könige beschützen. Ich glaube, wir sehen uns schon. Da vorn ist Doni. Es mohelder ist auch schon vor Ort, sehr gut. Ich habe den Mörder gefunden. Ja, die Frage bohrt so ein bisschen in seinem Herzen. Das ist ein schwieriges Thema, musst du wissen, Schwester Herz. Nein, um Himmels Willen. Gabriel! Alles gut bei euch? Wer war es denn? Für welche Hochzeiten? Ihr seid keine Zweidrossel. Ich werde das tun. Verlasst ihr uns, Schwarzer Ritter? Ich werde jetzt mich um die Bürger hier kümmern. Und ohne Recht verhindern. Ihr seid ein großer Schreiter und tot. Die stechen sich alle gegenseitig ab. Ihr seid jederzeit willkommen. Das ist immer der effektivste Weg. Ja, ja. Eure beiden Brüder haben mir sehr geholfen. Und diese hübsche Frau hier. Ja, sie weiß es von mir. Ist alles gut. So weit würde ich jetzt nicht gehen, aber naja. Uns steht es nicht außer selber zu beantworten. Eure Königlichkeit. Ich bin so stolz auf euch. Wir kamen als einfache Bauersleute. Und nun schaut uns an. Ihr beide seid Helden. Du bist eine wunderschöne Frau. Und ich bin die Königin. Entschuldigung. Ich würde sagen, das war eine sehr erfolgreiche Zeit. Oder? Deine Enkelin. Eindhoch. Auf die Familie Taunwald. Eindhoch. Auf die Familie Taunwald. Auf die Familie Taunwald. Und den Schwarzen Ritter. Hooscha. Natürlich. Ich muss jetzt nur jemanden finden, der leben kann. Denn ich kann es nicht, Schwarzer Ritter. Schwerbrier hat die Kunst gelernt. Kann einer von euch beiden lesen? Ich habe es gestern nachgelernt. Kannst du mir einen Brief vorlesen? Selbstverständlich, Schwester Herz. Aber vielleicht sollten wir uns dafür... Also, der Brief ist so ein bisschen emotional. Vielleicht sollten wir uns dafür den passenden Ort suchen, weißt du? Ja, komm, hier. Was? Hier hinter dem Haus gibt ein kleiner Teich, der ist sehr romantisch. Ein guter Ort für seinen Brief. Ja, dann bringt mich hin. Wir sollten aber auch nicht zu weit weg. Immerhin ist sie die Königin. Boah. Hat jemand eine Fackel dabei? Weiß ich nicht. Das war ich auch nicht. Irgendwo hier bei dem Teich. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau so. Sieht aus, als ob wir sie entführen. Ach, hier hinter dem vielleicht. Vielleicht sollten wir woanders zum Leben hingehen. Eventuell? Natürlich. Ich glaube auch, hier ist kein guter Ort hier. Okay, irgendein demonisches Ritual, das hier abgehalten wird. Hier bin ich hin. Hier bin ich. Hier bin ich. Vielleicht können wir das einfach hier machen. Ja, ist eine gute Idee. Ich gebe dir den Brief in der Wattung. Lief vor. Okay, könnt ihr mich hören? Hier. Ja. Was habe ich getan? Warum musstest du leiden? Sterben. Nur weil ich meine eigenen Dämonen nicht halten konnte. Mir war nicht bewusst, zu welchem Monster ich geworden war. Kleinen Moment. Ich habe gestern den Grundkuss. Okay, wartet. Bleibt dir Zeit. Mir war nicht bewusst, zu welchem Monster ich geworden war, bis ich dein Blut an meinen Händen hatte. Es... Es bricht mir das Herz. Das Herz, das mir geraubt wurde und mich zu dem gemacht hat, was ich nun bin. Leer. Mh. Der steht da. Für ihn kam diese Neuigkeit genauso schock... Für ihn war das genauso schockierend wie für dich, liebes Schwesterherz. Lachend. Aber es war... Es war nicht er, er war besessen oder so. Lachend? Ja, das hat sie jedenfalls gesagt. Mir ging es echt gut. Aber wie soll mir denn mit dieser Information jetzt umgehen? Er ist ein Mörder. Wir haben die Ruhestätte seiner Schwester aufgesucht. Ja. Sie haben Frieden miteinander geschlossen. Und er hat geschworen, von jetzt an im Namen des Guten die Bürgerinnen und Bürger von Rastalot zu schützen. Nun, ich befürchte, wir haben eh keine andere Wahl, als ihm einfach zu glauben, was da passiert ist. Ich bin sehr froh und ich bin sehr, sehr stolz auf euch alle beides, dass ihr es gesagt habt, dieses Missterium aufzulösen. Und wie ich gerade sagte, ich finde, es war bisher eine sehr erfolgreiche Zeit hier in Rastalot für uns alle. Du bist eine wunderschöne Zofe. Dankeschön. Ich bin ein Zofe, ein Herz, ein Tavernenbesitzer, ich bin ein Großbauer und ich bin sehr reich. Und ihr seid beide Adelig, das dürft ihr nicht vergessen. Dankeschön. Ihr seid die Brüder der Königin. Und du, mein kleiner Bruder, du bist auch ein wahrer Held geworden. Dankeschön. Ich bin Königin geworden, denke ich mal. Ich bin mit dem König verheiratet. Die schönste Königin, die dieses Land jemals regiert hat. Es hat alles funktioniert. Und nun Königin. Nein. Zwarzer Ritter. Ich habe mir den Brief von meinem Bruder vorlesen lassen. Im ersten Moment war ich sehr gefockt. Aber die guten Taten, die ihr verbracht habt in den letzten Tagen, ihr habt mir und meinem Bruder das Leben gerettet. Ich persönlich verzeihe euch. Und ich hoffe, dass auch ihr euch selbst irgendwann verzeihen könnt, schwarzer Ritter. Meine Schwester hat mir auferziehen. Und es ehrt mich, dass ihr dasselbe tut. Habt dann. Dass ihr... Ich habe euch zu danken. Ihr drei seid wundervolle Menschen. Merkt euch das. Ich will weiter an eurer Seite stehen. Und für euch einstehen. Und euch verteidigen. Oh. Aktuell sehe ich keine große Gefahr. Aber ich befürchte, dass mit der Kirche... Sagen wir einfach, mein Mann ist ein bisschen gutgläubiger als ich. Ich denke, das ist noch nicht ausgestanden. Umso froher bin ich zu wissen, solch einen starken Verbündeten an meiner Seite zu haben, und wie ich vorher sagte, mein Angebot steht. Die Tore des Flottes sind für euch immer geöffnet. Ich habe eure beiden Brüder nun im Kampfer ausgebildet. Sie werden gut an eurer Seite mit mir zusammen gegen die Kirche kämpfen. Sollte soweit sein. Oh, mir ist das aufgefallen. Du siehst aus wie ein richtiger Kämpfer. Ja. Du hast auch trainiert. Dein Oberarm, ich seh das doch. Ja. Aber nur der rechte. Aber... Hä? Nun gut. Wie... Wie liegt uns einer von deinem? Super. Wir sind jetzt sozusagen die schwarzen Templariter der Kirchen. Die ersten von der ersten. Und ich bin sehr froh. Ich fühle mich dann sehr viel sicherer als vorher. Sehr viel sicherer. Auch wenn ich immer noch Angst habe. Ich habe heute erfahren, dass sogar der Postmann mich ermorden wollte. Könnt ihr euch das vorstellen? Was? Der Postmann. Nein, natürlich kann ich mir das nicht vorstellen. Wenn ich sage jeder, Fabriel, dann meine ich jeder. Der wollte mich daten. Nein, nein, nein. Vielleicht wollte er dich daten und wollte mich aus dem Weg... Oh. Er hat sich gar nicht für mich interessiert. Er wollte nur über mich an dich gelangen. Oh, es tut mir so leid, Fabriel, dass du das jetzt auf diesen Weg erfahren musst. Fabriel, nein! Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Sieht hier irgendwelche... Oh, der König mit einer Weinfleisch in der Hand? Okay, okay. Irgendwelche Auffälligkeiten? Irgendjemand, der verdächtig Position bezieht, um auf die Königin zu schießen? Irgendjemand, der finster zu uns rüberblickt? Oh, das ist der Henker. Oh, Dank! Ein Geschenk des Schwarzen Ritters! Oh, ich verstehe! Eure Maske ist auch sehr schön! Ja, nicht wahr? Wie geht es dem Schwarzen Ritter? Gut! Gut! Hat er so ein neues Pferd erhalten? Hä? Ja, ja! Scheinbar! Esmoral da! Nun, dann für Spaß mit der neuen Maske! Es fühlt sich gut an! Dann lassen wir das so! Dann bist du jetzt! Super! Das wird von der Präsident! Ich will diesen Gruppen nicht übernehmen! Sehr, sehr! Damit werden viele eurer Probleme nun auf den Schulden jemand anderes liegen! Ha! Das ist gut! Jetzt kannst all du meine Probleme übernehmen! Gott sei Dank, dass ich da nicht von Anfang an drauf gekommen bin! Natürlich! Keine Probleme habe ich nicht schon immer drin gekümmelt! Ach Gott sei Dank! Ich bin sehr froh! Nun! Ja, Steini hat oft gute Ideen! Steini ist auch ein Held! Held Steini! Ab so, so bitte ab jetzt genannt! Das kommt von der Königin! Held Steini! Das werden wir sofort! Der hat sogar Augen! Das muss ich dir gehört! Das ist Held Steini! Großartig! Der Held der Steine! Genau! Der Held der Steine! Wo ist denn der König gestern wieder? Ah! Er ist betrunken in diese Richtung gelaufen! Ah! Er ist da vorne im Baum! Na! Na! Sehr gut! Meine Königin! Wie läuft's mit der Taverne? Sehr gut! Sehr wohl! Habt Dank! Ja! Wie ist es euch ergangen? Oh! Mir geht es sehr gut! Abschlussfeier! Ich weiß nicht genau wie es läuft! Ich... Das erste Mal dass ich dabei bin! Nur mir noch! Dank für die 35 Monate! Als ich noch keine Königin war! Ich denke auch, ja! Ich habe mich heute scheiden lassen! Ich glaube das sagt sehr viel aus über meine aktuelle Situation! Ich sage das sehr ungern, aber das tut mir sehr leid für euch! Das glaube ich euch sogar! Nein, das war nett gemeint! Es ist mir eigentlich egal, ob es nett gemeint ist oder nicht! Aber ihr wisst was ich meine! Es ist... Es ist vorbei! Und das muss so sein! Ihr werdet eine andere wundervolle Frau finden, da bin ich mir sehr sicher! Ich hoffe das! Ich hoffe das! Ich hoffe das! Und wenn nicht, dann finde ich eine für euch! Die schönste, die ich finden kann! Darum komme ich vielleicht irgendwann einmal zurück! Wer weiß das schon! Ja! Eure Hochheit... Gott zum Große! Ja, Kaodius! Zum Wohle! Zum Wohl! Gott zum Große! Warum... Gott zum Große! Ja! Warum müssen die Leute all ihre Geheimnisse um mich rum erzählen? Die Königin! Ich will sie doch gar nicht hören! Was? Rautenmensch hat... Ach! Ein Rautenreiter... Rautensta... Nein! Ein Rauten... Typ... In Kutte... Hast... Stattache angesprochen... Mit Rautenritter... Und... Er würde in... In der Kirche... Egal! Ich hab Lord Edwin Bescheid... Kaodius! Hör auf zu stattern! Du redest immer noch mit der Königin! Backe! Oh... Kaos! Was für eine Stimme für so eine hübsche Frau! Gibt denn echte Backweife? Oh... Oh... Ja... Ja... Grüß dich! Ich soll dich von der Königin grüßen! Ich hatte eine Audienz! Oh, das stimmt! Das hab ich tatsächlich gesagt! Vielen lieben Dank, dass du... Danke, Christian! Gerne doch! Sagt der Königin bitte! Ich pass auf sie auf! Werde ich hier hinrichten! Was? Ausrichten! Königin! Euer Bruder passt auf euch auf! Danke, Kaosius! Ich geh jetzt weiter trinken! Tschüss! Kaosius wartet noch einen Moment! Dieser mysteriöse Händler! Hat er seinen Gefallen schlussendlich eingefordert oder... Oh! Oh! Das war sein Gefallen! Ich hatte schon Angst! Dieser ist so doof! Oh, der ist freut mich ja sehr! Hab mir ein bisschen Sorgen um euch gemacht! Also, ich mir auch, aber... Naja, die Schneiderin ist tot zum Glück! Au! Au! Ja, sie wurde hingerichtet! Nachdem sie Vorki weiters das Gesicht abgezogen hat! Pfff! Da ist ja einiges passiert in meiner Abwesenheit! Ja, ja! Mach du meine Güte! Dieser Lachs! Hauptsache ihr seid wohl auf! Es ist so weit wie es geht, ja! Ich will aber heute keine... Morgen könnt ihr mir gerne wieder Geheimnisse erzählen! Heute will ich keine Geheimnisse mehr hören! Das verstehe ich! Dann einen schönen Feierabend! Das ist... Das ist dasselbe! Zu viele Pferde hier! So denn... Trinket wohl! Äh... Gehabet euch! Ist das... Gehabet euch wohl! Gehabet euch besser! Wohl bekommt! Auf jeden... Auf jeden Fall! Oh! Beeindruckend! Nicht wahr? Dankeschön! Zaubertrick! Jetzt ist sie weg! Oh ja! Äh... Das gleiche... Hab ich auch schon mal probiert! Hab gehört, dass wenn man... diesen Trick ausführt und... die Waffe zu weit nach oben wirft! Dass sie dann kaputt geht! Bei der Landung! Ah! Unglücklich! Ja! Das Ding ist kaputt! Ich bin sowieso kein Henker mehr! Oh! Was ist passiert? Bürgermeister! Bürgermeister! Ja! Ich hab die Stelle wieder abgetreten an meinem Meister! Der macht das besser! Hm! Jetzt sind wir Kollegen! Ja! 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 Oh! Königin im Auge behalten! Wir dürfen nicht von unserem, äh... Wenn hier was passiert und ich abwesend bin... Mach ich mir vor... Oh! Kein Weidekin! Kein Weidekin! Das hast du ganz toll gemacht! Ein echter König! Ein echter König! Habt ihr sehen, Fabriel? Wie männlich er diesen Stuhl zweigeteilt hat? Nachdem dieser Stuhl ihm leider angetan hat? Es ist... Fantastisch! Aufgrund der Geräusche bin ich herbeigeeilt! Ich dachte schon, du würdest angegriffen werden! Aber es war lediglich... Ein Werk der Muskeln des Königs! Ja! Wie siehst du denn aus, Schwager? Was ist das da in deinem Gesicht? Das ist, äh... Die... Offizielle Uniform... Der Knappen des Schwarzen Ritters! Ja, aber das habt ihr nicht von mir! Das ist so ein bisschen geheim! Oh! Natürlich! Ich verkende hiermit, dass es geheimes ist, dass dies, was dieser junge Mann hier trägt, die offizielle Kleidung der Knappen des Schwarzen Ritters ist! Niemand soll darüber reden! Niemand soll darüber sprechen! Niemand soll damit wissen! Ich hab davon nix gehört! Auch dadurch... Das ist nicht so... Ihr sollt nicht über diese geheime Uniform dieses geheimen Ritters Knappen sprechen! Habt ihr gehört? Niemand redet über die geheime Ritters Knappen! Ich geh mich kurz umziehen! Ruhe jetzt! So, halte das geheim! So, wieder normal? Oh, Haare fehlen! Okay! Sprich! Ich habe euch nun zweimal gesucht! Und zweimal warst du nicht da! Sag! Bin ich langweilig geworden? Bin ich alt geworden seit gestern? Sag es! Würdest du mich doch lieben, wenn ich einen vorn wäre? Also kaum! Also nein! Das ist reich! Es ist... Siehst doch! All diese Bekloppten hier! Ich kann keine zwei Meter gehen, ohne dass jemand kommt! Oh, Herr König! Herr König! Also ist das jetzt nicht so halbwegs erlaubt, weil... Ich bin der König! Ich kann mich doch nicht um jeden Scheiß kümmern! Die Königin sich für die Dienste des Schwarzen Ritters bedankt und so? Ich glaube dir! Ich glaube dir! Ich habe das Zeitgefühl verlassen, verloren, ver... Ich glaube dir! Ihr habt gar nichts gehört! Wer was gehört hat, wird gesteinigt! Ja, von seinem Ehestein soll er gesteinigt werden! Oh! Wie läuft eure Ehe? Er ist verheiratet mit dem Stein! Noch hat keiner was gesagt? Ich würde mir keinen Kopf machen? Ja, maybe, ne? Warum hast du dich denn jetzt umgezogen? Das hat dir so gut gestanden! Deine Augen wurden so betont! Oh, ich... Ich weiß nicht! Die Aufmerksamkeit! Die war mir ein bisschen unangenehm! Wie heißt es euch der Gild? Wie ist es euch der Gild? Habt ihr schon bereit, zurückzukehren? Der König hat's bewusst! Vielleicht hast du recht! Ich geh mich vielleicht wieder... ...noch mal umziehen! Ich habe ein Ritzelwicht in dein Haus aufgenommen und ihn adoptiert. Und damit ist nun alles gut im Hause, Weberlichingen. Ach, wie wunderbar. Das freut mich. Ich weiß auch nicht, wie das immer wieder klappt. Das ist ansteckend. Schrecklich. Darf sie ohne Soldaten rumlaufen? Gefährlich. Warte, wer hat das gemacht? Ja, Schwester Herz? Kannst du mir das vorlesen? Okay, aber mir kam so in den Sinn, da ich gestern Abend erst den Grundkurs entlesen hatte, kann ich das vielleicht noch nicht so gut. Keine Ahnung, warum das beim Brief so gut geklappt hat. Hilfe, ich komme hier nicht raus! Er war da vorne. Warum, was ist denn los? Ich brauche Hilfe, ich komme hier nicht raus! Ich habe Wasserweh. Was, was grauenvolles? Ich glaube mir, es ist... Ich brauche hier nicht raus! Ich brauche wirklich, Lenny. Der Bruder Valentin hat gerade all seine Mitglieder geopfert in einer Höhle. Ich bin der Einzige, die ich komme hier nicht raus. Was? Komm mit, komm mit, komm mit! Wo, was? Warte, die Kirche hat ein Ritual durchgeführt, wo sie alle gestorben? Ein frecklicher Unglücksfall! Ja, ja, sprich! Sprich, sprich, Mann, sprich! Ich ergebe mich zu erkennen! Ich bin es! Hast sie bald! Habe versucht, in den Inkognito-Modus zu gehen, um der Gefangenschaft im Käfig aus dem Weg zu gehen! Aber da ich gerade der Heiligenraute beigetreten bin, so habe ich an einer Versammlung teilgenommen, die unten in der Höhle stattfand! Und plötzlich alle Leute außer Vater Valentin geopfert wurden und seine Kräfte sich in ihm gebündelt haben! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich war also die ganze Zeit der Dämon, nicht ich! Ein Dämon! Er ist ein Dämon! Was? Er hat mir so viele Goldteiler gegeben, damit ich euch in Blöße als die Hexe in den Rasterlot! Wartet! Äh, was? Ihr wurdet dafür nur bezahlt, um mir so viele komplimente Sorgen? Mir fand es nicht leid, aber ihr seid doch einfach nicht! Taktischer Copa, Astibald! Sprecht nie! Wieder mit mir! Das ist jetzt doppelt unangenehm! Ich weiß, aber mit dieser Kunde, die ich gerade verbreite, hoffe ich auf eine Art Begnadigung, in dem ich euch das wahre Böse offenbart habe! Bitte kein Käfig! Nun, ich finde... Käfig! Euer bester Freund! Mauritius sollte dies entscheiden! Was? Danke, eure Majestät! Du Mauritius als euer nun anvertrauter Sohn, Mann! Ähm, also... Wir haben also das... Er wollte die Königin verführen, das ist ja schon mal ein großer Minuspunkt! Dann hat er ja... Er wollte mich gar nicht verführen! Er wollte da Geld hoch! Das ist ja auch noch! Doppelter Minuspunkt! Für Geld! In der Zeit! Dann wären wir eigentlich bei der Hinrichtung! Da wir jetzt aber, er uns das alles verraten hat, ist das ein Pluspunkt, womit er in dem Käfig landen würde! Ich lebe euch sogar das ganze Geld hin, wenn ihr wollt! Das ist ziemlich viel sogar! Jetzt weiß ich warum! Und dies ist eindeutig ein Eigentum der Königsfamilie! Diese Steuern... So viel Geld habt ihr bekommen, um mich zu verführen! Ich kann meine Gefühle auch ganz bestechungsversuchen werden! Ich habe das Bestechungsgeld beschlagnahmt als Sicherheitsverwahrung! Sehr gut! Asti Bald! Ich stimme meinem neu adoptierten Sohn exakt zu! Du hast für dein Verbrechen eigentlich den Tod bedient! Doch wir hatten ja gerade erst eine Hinrichtung und ich bin sicher, dies wird es seiner Majestät langweilig werden, wenn wir es wiederholen! Und deswegen upgrade ich dein Urteil aufgrund wilder Umstände zu einem weiteren Jahr nackt im Käfig! Denn Tradition ist wichtig im Adel! So soll es sein! Ich bin nicht das Wahre vom Geheuer! Ich werde euch jeden Tag an diesem Käfig besuchen und werde euch viele, viele Lieder singen! Das habt ihr verdient! Kommt schon wieder! Tötet mich! Bitte richtet mich hin! Oh ja! Nein, das wäre zum Leben! Wir kennen uns ja noch gar nicht zu lange! Das ist kein Wunschkonzert! Aber ich hoffe, ich habe euch damit bewiesen, dass ich dem Königsraum stets zu Diensten bin, um eurem Leben zu vollstrecken, wie es für euch am genehmsten ist! Und es ist mir eine große Freude! Vielen lieben Dank für diese vollzügliche Hilfe! Ich danke euch! Ich finde, er hat sich gewünscht! Mein König! Wir sollten uns trotzdem über den Dämon kümmern! Wie geht's gerne, eure Majestät! Vielen lieben Dank, mein Herr! Mein König! Haben wir nicht gerade erfahren, dass die Kundenträger böse sind? Und jetzt lassen wir den König allein mit dem Kundenträger verschwinden? Ja! Keine gute Idee, glaube ich! Vielleicht sollte jemand hingehen! Wo sind eigentlich die Wachen, wenn man sie braucht? Wo ist er hingegangen? Hint da uns! Schwarzer Ritter! Die Kundenträger hat sich breitgemacht, dass ein Mitglied der Kirche all seine Brüder opferte, um wahrhaftige Macht zu erlangen! Ich bin mir nicht sicher, ob wir... Vielleicht sollten wir uns in Acht nehmen! Ich weiß nicht, ob er alsbald auftauchen könnte! Nun gut, dann warten wir auf die Ankunft dieses Dämons! Wir sollten vielleicht mehr Pfeile besorgen! Gute Idee! Und wir sollten vielleicht unsere Pferde beiseite blicken! Wir haben einen Dämon beschworen! Und der Dämon will alle Seelen fressen! Und mit seinem Feuer hat er uns angegriffen und uns verzerrt! Und wir konnten uns mit Mühe und Not und auf allen Vieren gerade noch so retten, um Bericht zu erstatten! Werter König! Das ganze Dorf ist in Gefahr! Das wäre zu vernachlässigen, aber auch die Krone ist in Gefahr! Er geht sich umziehen, oder? Ja, das klingt ganz interessant, aber das wurde uns alles schon zugetragen! Ihr nehmt dies als Dank! Danke sehr! Wie bitte? Sie wissen davon? Ja! Oh, danke! Entschuldigung! Mein König, das mit dem Geheimgang stimmt! Als der Vater mich am ersten Tage, als ich einen Fuß nach Rathalot setzte, entführt hat, gingen wir genau diesen Gang entlang! Ja! Ist der Schmied zufällig noch hier draußen? Bitte was? Ja! Korkenstein! Ich soll es um! Korkenstein! Das ist eine Lüge! Ja, ja, ihr wisst nicht, oder? Äh, nein! Sie haben meine Frau gefunden! Danke, wenn wir heiraten! Nein, nein! Wir heiraten nicht! Wir heiraten nicht! Wir wollen nicht mal die Lüge heiraten! Die Schmiede ist zu... ... ... ... Meint ihr? Wie viele Pfeile haben wir? Zwölf Stück! Reichen zwölf Pfeile? Schwierig! Ich halte nach dem Schmied ausschauen! Bisher kamen wir mir noch nicht unter die Augen! Ich habe den Nächsten Schlafen gleiche! Was, worum gehts hier zu ihr? Ich gratuliere! Ich werde mich durch mal! Ja, ich werde mich durch mal! Wenn wir jetzt feierasse... ... ... Das sind Leute der Raute, die hier gerade neben mir sind? Sind die jetzt auf unserer Seite? Hat der Bösewicht überhaupt noch Verbündete, wenn er alle geopfert hat? Ach seht ihr, der Adler hat stets solche Probleme. Ich muss nur Bescheid geben, dass wir uns in meinen Kumpel zurückziehen. Ich kann den Dämon töten mit dem Messer, hast du gerade? Mit diesem Messer? Nein, mit meinem Messer. Oh, okay. Das ist besonders stark gegen Dämonenfleisch. Vorausschauend. Wie von euch zu erwarten, oh großer schwarzer Ritter. Gibt es irgendwo eine Erhebung von wo aus wir das ganze Geschehen besser betrachten können? Wenn wir an der Tür vorbeikämen, könnten wir direkt... Oh. War das Schwert wichtig? Alter, das war echt schwer. Jetzt haben wir einen Grund, da reinzugehen. Ich wollte das gerne. Ja, ich sag, mein Schwert ist reingefallen. ausgezeichnet. Ja. Ja. Ja, ja. Ja. mein schwert ist leider durch das fenster geflogen hat er sich gerade eingesteckt wir müssen uns umschauen alle sind warte wofür was sie bei der trussend fand in der kirche statt wir sehen die kirche von hier wenn der dämon der kirche ist wird er aus der kirche kommen oder aber was ist wenn es ein dämon ist der die gestalt eines anderen bürgers annimmt aus rastalot was ist wenn er sich als königin verkleidet und was wenn es da unten gar nicht meine schwester ist sondern der dämon was ist wenn asti bald der dämon war und der dämon ist jetzt schon draußen was wenn ich der dämon bin in mir steckt schon immer ein dämon alle einander es hieß das ritual hätte in einer höhle stattgefunden vielleicht meinen sie die unterirdischen tunnel unter der kirche vielleicht aber auch nicht wahrscheinlich die tür die immer abgeschlossen ist ich habe die königin im auge und ein die königin läuft ganz alleine zum fischstand was passiert da sie steht auf dem podest warte wird sie ein bisschen zu weit weg vielleicht hätten uns eine andere position aussuchen sollten ich treffe von hier den strick falls sie hängen sollte keine kommt eine gruppe menschen von links wir kommen aus der taverne die stadtwache ist dabei warum rennen die alle in das haus mit fackeln ein stockwerk tiefer gibt es die möglichkeit unbeschadet vom dach zu springen die königin ist es immer noch zu sehen vergesst das mit dem tieferen stockwerk müssten von hier aus auf das dach springen und dann vorne raus jetzt ein 12 16 also wir können theoretisch jetzt alle davon töten ach vergisst es nein wir wollten die die bürger beschützen deswegen auch theoretisch ich kenne das gefühl manchmal kommt der hass durch dann muss man das auswählen aber sei stark sei stark schwarzer ritter verdächtige person von rechts wer ist das das müsste der mann sein den wir vorhin getroffen haben bei den boten auf den steinen der unheimliche der wein getrunken hat ach so du trinkst auch kein wein schwarzer ritter jetzt habe ich das verstanden jetzt schon was macht diese kleine gruppe hier vorne die gefährlich aus mitglieder der flatterberg zu sein die sind schon immer neidisch auf den königshof die schwarzer ritter und 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 Ich fühl mich ein bisschen wie Batman, aber... Wir sind die Wächter von Rastalot. Ich hab das Gefühl, wir sind sehr weit weg. Ich fühl mich besonders. An der Kirche, seht ihr das? Dort stehen an der Treppensstelle drei Personen. Jawohl. Bestätige. Halbe Assassin's... Nein, der Person hat sich gerade die Treppen hinunterbegeben. Wer war das? Da hat er gerät. Wir hoffen, dass ihr auch dieses Jahr wieder alle hier seid und ganz viel jahr weniger blöd zu veranstaltet, als wir dieses Jahr wieder fahren haben. Oh ja. Natürlich, es wird gar nichts passiert. Warum, wir finden die so komisch, sind da... Sag jetzt hier. Am Schnaps genippelt. Da sind nun... Drei Personen... An der Treppe der Kirche. Habt ihr Maul. Hier unten läuft jemand. Reden die mit uns? Hattet ihr auch eine wundervolle Woche? Könnt auch gerne nach unten zu euren... ...Freunden. Freunde. Ich hab hier oben meine Freunde. Austin. Alles ist gosnig. Er ist der Promete. Darren ist dieser皮 mit, wenn ich mich schon besends bin. Okay. Ich habe dich nicht. Ist das meine Freunde. Ja. Ich gebe dirFunคร Matte. Ooh was ist die Einfolge. Ich meine Königin. Ich habe ihn mit〜immtooo in de этих Welt ist. Okay, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso laut war wie bei mir. Ich hab nicht mehr so viel gehört. Boah, der Soundtrack ist gut, aber er ist fucking laut, Bro. Und das war jetzt ein Prozent. Im Lautstärke-Mixer hab ich auf ein Prozent gemacht und das war eben noch die Lautstärke. Hä? Okay. Das ist ja, ich dachte irgendwie, es passiert irgendwas. Ich dachte, jetzt geht das Licht aus und dann kommt da irgendwie der Dämon angeflogen und sagt, ja, ihr verdammt Schweine, jetzt hol ich mich euch alle. Aber okay, oh. Oh, okay. Okay, ja, das war tatsächlich die Abschiedsrede, die nicht unterbrochen wurde. Ich dachte, da passiert irgendwas. Hat Spaß gemacht, war sehr lustig. Lustig, 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 lustig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier als erstes RP-Projekt bei Rustalot mitmachen zu dürfen. Gerne wieder in einer vierten Staffel, wie es da gerade so steht. Also, wenn sich die Möglichkeit bieten sollte, bin ich da gerne wieder dabei. Oh. Jetzt hab ich die Lautstärke komplett weggemacht, Junge. Ich muss erst mal auf den Desktop. Du hast überlebt, Gapitek-Wunsch. Verzeiht. Ich hatte gerade das Gefühl, dass mir die Ohren abgefallen sind. Jetzt sind sie wieder dran. Meine Ohren sind auch... ...explodiert. Warte mal, jetzt ist das doch egal. Guck mal, da fliegt einer. Treffen wir den. Echsen, das sind die Echsen. Ich weiß nicht, ich bin ja den Hans-Bund. Nein, 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 nein. Ich mach das nicht. Noch ein kleines Schießtraining gefällig? Ich überlege. Das ist fair. Welches? Sprechen? Oh. Treffen. Gott sei Dank kam keiner mehr an den Angriff, sonst hätten wir versagt. Oh, das ist sogar ein Aufhung. Oh, das war die Königin. Oh Gott. In den Schatten, in den Schatten. Au, au. In den Schatten, in den Schatten. Das wird es tot. Sie wollte es retten, doch sie kam zu spät. Dann passt unsere eigene Schwester um. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir müssen jetzt. Hier rauf ist der erste Schritt. Ich weiß nicht, ob es hinten auch runter geht. Vorne ist es auf jeden Fall möglich. Oh, perfekt. Ja, das ist gut. Hier, Pferd. Du durmst den Bogen. Man darf mich damit nicht finden. Willst du mich dann da verbrennen, oder? Schwesterherz, was ist passiert? Nichts ist passiert, wir sind fertig. Hat es dir gefallen? Dir steckt doch was in deiner Kniescheibe. Was ist mit dem Pferd passiert? Ich wollte auf dem Pferd reißen und jemand hat es niedergeschossen. Krank. Absolut krank. Barbaren. Das ame Pferd, kann das mal jemand erlösen? Das zuckt ja noch. Oh Gott. Zeig'n Domina. Oh. Oh, der Seks. Das sind ja zwei Meter große Keks, Mann. Warte, war das der Apfelbauer, Chad? Der Moment war so ein bisschen... Der Apfelbauer und ich hatten auch so einen romantischen Moment wie den eben. Warte, wo ist er? Jesus. Oh, ich wurde gerade zu einem Duell herausgefordert. Der Apfelbauer und ich hatte auch so einen romantischen Moment. Der Apfelbauer und ich hatte auch so einen romantischen Moment. Und das passiert. Oh ja, Opa Blasius, der ehemalige Großbau, der hat mir das so beigebracht. Danke. Danke, dass ihr dabei wart! Vielen, vielen Dank! Dankeschön, dass wir dabei sein, Dorfli! Danke, dass ich dabei sein, Dorfli! Danke, dass wir noch einmal ein sehr gut weitermachen! Was, nö, was? Achso, ja, vielleicht! Danke! Auch nicht nochmal unseren Spendenlink, das wäre hier sehr unpassend! Die Kofi-Link, die es bei mir gibt für das Team, das wäre jetzt wenig jetzt hier nicht! Ansonsten wirklich vielen, vielen, vielen Dank! Nein, 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 nein! Das Projekt ist geil! Danke schön, vielen, vielen Dank! Was für'n Spendenlink! Danke, Adelaide! Wo wird alles in die Luft gejagt? Alles explodiert! Ja, komm, wir rein in den Sonnenuntergang, äh, also in den Bodenuntergang! Aus! Das ist ein Hübscher! Den König herausfordern, ohne Hose! So, ganz am Schluss noch der Tümpel! Ganz am Schluss noch in den Tümpel! Wo ist der Apfelbauer? Glücklos in den Tümpel! In den Tümpel! Ja, ich freu mich! Ja, ich freu mich! Hat Maumich grade gepiekst? Oh, es leckt so krass! Kriege ich einen Kipp mit den Legs? Ha 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 ha, ha 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 ha! Wollen die uns crashen? Ha 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 ha! Ja, komm, wir klären was anderes! Bei den Legs treff ich dich nicht! Ah du bist! Ha 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 ha! Auch mit dir! Wer hilft mir, wer hilft mir! Hast du auch schon angetitscht? Ne. Oh. Wir haben wirklich mächtige Messer bekommen vom schwarzen Ritter. Ja anscheinend. Sollen wir noch ein paar Leute piksen? Wollen wir Daniela abstechen? Hey warte, wo ist mein heiliges Messer? Oh, da. Okay. Wo ist sie? Vom Geigen. Jetzt bin ich die Prinzessin. Oh, wo ist mein König Shagos? Shagos, ich bin es. Meine geliebte Königin. Oh, tut mir leid, hey. Ich bin nur der Ansage vom König. Komm, gehen wir noch ein bisschen. Deine Krone. Jetzt bist du die Königin. Ey, hast du meine Krone gerade gestohlen? Gib meine Krone. Die spiel ich ja gar nicht. Shag Sally, hey Jay. Digga, nicht zu meinem Aufrein. Gebirgert. 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 Warst du mich verarschen oder was? Ohne gesichert! Ohne gesichert! Was ich für mir hier fortfällt oder was? Sie sieht wunderschön aus, du wärst auch eine wunderschöne Königin geworden! Weiß ich sonst! Hey, wenn du nicht so durchgezogen und durchgepowert hättest, dann hätt ich mich auch nicht getraut, also danke, dass du mitgemacht hast und danke, dass ihr mich dann in eure Planung mit aufgenommen habt, hat super viel Spaß gemacht, ich hatte sehr viel Spaß. Schwabbel, ich sage dir, ich habe das schon mal zu dir gesagt und ich bleibe der Meinung, du gehörst ins RP. Du gehörst ins RP? Von der Bäuerin zur Königin? Hat sehr viel Spaß gemacht. Nein, bin ich nicht so durchgezogen. Sofort runter von meinem Bruder. Du bist doch nicht abgestochen, du Wichser. Du hast nicht, bist doch nicht abgestochen. Ich habe nach euch gesucht. Hört her, werter Herr. Der Moment, als ihr eure Hosen dropptet und ich die meiner droppte und als wir uns so gegenüberstanden, da beschli ich mich ein Gefühl, ein Gefühl der Vertrautheit, als ob ich diesen Moment schon einmal erlebt hätte. Ihr erinnert mich an jemanden, an einen Mann, der, mit dem ich anfangs nicht gut konnte, doch dann knisterte es zwischen uns. Ihr kennt nicht zufällig den Apfelbauern? Hey Leute, hallo, ich bedanke mich für so ein Brauchstuhl, für so ein Brauchstuhl, für so ein Brauchstuhl, für so ein Brauchstuhl, für so ein Brauchstuhl. Oh, ich sehe, Dominanz! Dominanz, Großbauern! Sei sie hier! Ich hätte gerne noch mehr Zeit mit euch verbracht, das war halt einfach das erste AP-Event für mich und es gab so in allen möglichen Richtungen, so Queststränge, die man verfolgen konnte. Und es war einfach viel zu wenig Zeit, um alles in dem Maße zu verfolgen, in dem es richtig geil gewesen wäre, aber die Momente, die wir miteinander geteilt hatten, war super. Du warst supergut, vielen Dank! Ja, übel! Ich bin sterblich! Hast du, hast du jemals rausgegangen? Nee, scheiße! Diese eine Situation, wo du reinkamst, ich hab vom, vom ersten Moment an, hab ich deine Bilder geschrieben. Ja, es war sehr lieb! Ich dachte, das wären meine Geschwister gewesen! Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dich dabei ertappt habe, wie du mein Schwein wegradiert hast. Ja genau, ich hab mich so erschrocken im Stream, ey! Ich hab nix gesagt, weil ich hab mich so erschrocken, ich hab richtig aufgeschrieben. Okay, ich dreh mich um, ich zack noch beim Reingehen. Okay, die Chance ist jetzt gleich null, dass der da reinkommt. Jetzt können wir das machen. Dreh mich um und ich steh hinter mir echt. So mit Schrei abzulassen. Das war der Moment, wo ich alles hinterfragt hab. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank fürs Mitspielen. Ich danke dir auch. Aber deine Schwester hat die falsch gewählt. Wem hätte sie denn dann wählen sollen? War ich? Ich hab da die Lampenbauer. Ja, das ist so unmittelbar. Oh, weißt du, meine Unterstützung hättet ihr gehabt. Und wieder versehen! Tschüss! 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 Bye-bye! Tschüss! Bye-bye! Bye-bye! Wahrscheinlich nächstes Jahr wieder! Was ist denn da vorne los? Ich geh kurz gucken, was da vorne los ist. Ist der schwarze Ritter auf dem Panzer? Ich ziehe mich, Kay. Bistur, du schappelle und mehr informativ. Das ist echt sehr gut. Der König ist tot. Sie sind alle gestorben. Der König ist tot, der Mensch! Oh mein Gott! Danke! Ich treffe mir! Ich treffe mir! Ich treffe mir! Oh Gott! Hälfte nach unten! Oh Scheiße! Oh! Oh nein! Kira, hör auf deinen inneren Dämon raus zu beschwören! Hör auf! Das ist nicht Astlax! Okay. Okay. Wer hat dieses Wahnsinnige den Panzer... Na los! Auf einen letzten Ritt! Mein liebes... Mein liebes Pferd! Oh! 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 Es wird die legs gar nicht so einfach okay Ich denke wir können ausloggen nachdem ich noch eine person zu boden geschlagen oder vom pferd Ich habe auch noch eine Sie haben eine Alza faust auf dem Rücken Verdammt Und der wird auch geschlüsselt Was ist denn hier? Habt ihr mich mit dem Messer aufgestellt? Das wäre doch alles passiert Das wäre doch Das wäre doch Macht Jagd auf dieses Monstrum! Ein Hubschrauber? Ich weiß nicht. Oh, der Panzer ist kaputt! Ah, vielen Dank! Ich bin wieder empfunden! Ich will doch nur leben! Ich hab noch einen! Scheiße! Ich kriege Granaten! Guten Tag! Okay! Okay! Granaten waren das! Oh, okay, okay, okay! Das war's, Chat! Damit ist unsere Rassalot-Woche beendet! Ab morgen gibt es wieder Dead by Daylight und ganz viele Horrorgames!